Hallo Leute, es sind Ferien, alle machen Blauband, Flensburg bis nach Oberammergau, denn es sind Ferien und mit viel Tamtam und Information steigt wieder unser Ferienprogramm, unser Ferienprogramm. Ich habe eine sehr beinige Situation gerade, aber das kann ich nicht auf Band aufnehmen. Schade. Also, auf Band vor allen Dingen. Auf Band? Ich habe hier die Bandmaschine, die ist da, siehst du das da hinten? Das ist die Bandmaschine. Ich digitalisiere das immer dann, weißt du? Ja. Ich mache einen Analog-Podcast, weil das ist halt schiefungsvoll. Der Klang ist wärmer. Ja. Wer macht denn den Klang eigentlich heute, den Einklang? Du. Dann fang ich aber an. Ja. Ich sage fünf, vier, drei, zwei, eins. Der Star Trek Podcast mit Simon und Sebastian. Jede Woche eine neue Episode von 1966 bis ins 24. Jahrhundert. Ihr hört Trek am Dienstag. Es ist mal wieder soweit, ihr Lieben. Wir sind am Beginn einer neuen Star Trek Staffel angekommen. Ja, war letzte Woche auch schon. Aber das Coole hier bei Trek am Dienstag ist ja die Parallelbesprechung in Ausstrahlungsreihenfolge. Trek am Dienstag, ich habe es gesagt. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Trek am Dienstag. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, euch zu begrüßen. Und ich freue mich natürlich auch, meinen Podcast-Partner hier bei Trek am Dienstag zu begrüßen. Er spielt Bass und die Drums und das Programming. Dafür ist er auch verantwortlich. Sebastian, schön, dass du da bist. Schön und servus, grüßi und hallo, lieber Simon und ihr Lieben da draußen. Ja, da sind wir wieder. Heute gibt es mal wieder was auf die Ohren. Wir haben lange nicht aufgezeichnet einen Trek am Dienstag und es ist mal wieder Zeit, dass wir das mal wieder tun. Ihr kriegt das ja immer nicht mit, aber heute haben wir eine etwas längere Abstinenz gehabt. Simon, ich frage dich, wie ist die Lage? Was hast du getrieben, du Lümmel, du? Ja, ich lümmel. Ich hatte eine äußerst spannende Woche, muss ich sagen, in jeglicher Hinsicht. Aber mehr kann ich auch nicht verraten. Mehr kann ich nicht verraten zu diesem Thema. Nein. Ja, ansonsten habe ich einfach ein paar nette, stressige auch, aber eine gute Form von Stress, gute Form von Stress Tage gehabt, wo es jetzt keine Großereignisse gab, von denen es hier zu berichten gilt. Ja, wir haben ein paar schöne Aufnahmen gemacht. Das war nicht Trek am Dienstag, das waren andere Aufnahmen. Das Gespräch mit Sunny, mit Sandra, falls ihr es noch nicht gehört habt, haben wir letzte Woche gemacht oder was die Woche davor? Wenn ihr das jetzt hier hört, dann ist das schon bald drei Wochen alt. Ja, nee, drei Wochen alt, aber wir haben es dann aufgelöst. Seht mal, wie wir hier vorproduzieren für euch, um unsere Streak nicht zu brechen. Ja, die Streak, denn mein Urlaub steht auch kurz bevor. Also noch ein paar Tage und dann habe ich zwei Wochen Urlaub. In diesen zwei Wochen können wir nicht aufnehmen, weil ich will mich weg. Ja, ich beame mich. Riser habe ich was gemietet. Ja, und deswegen können wir da nicht aufnehmen. Deswegen haben wir jetzt so schön vorproduziert. Aber wir haben letzte Woche tatsächlich mit Sunny gesprochen. Das war toll, wir haben andere Sachen aufgenommen. Das ist auch toll. Ich habe jetzt wieder einen Trek am Dienstag und da ich nichts weiter Spannendes zu berichten habe, gebe ich die Frage zurück. Sebastian, was ist denn bei dir so los? Ich bin heute komplett im Arsch. Ich hatte eine Woche hinter mir, über die möchte ich gar nicht sprechen. Das ist die letzte gewesen. Und ich habe das Wochenende aber gipfeln lassen können gestern Abend, indem sich so peu a peu Freunde angekündigt haben, die mich besucht haben. Das war einmal der Felix war da, dann war, weiß ich nicht, ob den die Leute kennen. Nee, woher auch eigentlich? Vielleicht so schon vor mal begegnen. Keine Ahnung, egal. Auf jeden Fall war der Jan auch da. Den kennt ihr von der Rückspultaste. Der Christian war da, unser Fazitator. Den kennt ihr auch aus allen Kanälen, die es auf dieser ganzen Welt überhaupt gibt. Und Elmar war da. Unser Mann in Bukarest. Unser Freund aus den Track Nights, aus der World Tour. Unser Elmar war da. Ja, und da haben wir gestern Abend zusammengesitzen und haben dusselig gequatscht. Und wenn ich sage, gestern Abend haben wir zusammengesessen, dann ist das so ein bisschen falsch, weil wir haben bis drei Uhr zusammengesessen. Und ich musste heute... Von Sonntag auf Montag. Von Sonntag auf Montag. Und ich musste heute arbeiten. Deswegen bin ich ein bisschen beschädigt heute Morgen. Ja, das kann ich nachempfinden, ja. Was machst du denn auch sowas hier bis drei Uhr sitzen? Aber klar. Ja, der Elmar ist nur einmal im Jahr da. Wenn sich dann mal solche Leute ankündigen, dann wird das halt einfach spät. Ja. Ja klar, aber da hast du nicht viel geschlafen. Und dann rufen die Schwefelminen am frühen Morgen. Kein Wunder, dass du überhaupt noch hier gerade sitzen kannst, wundert mich. Dass du nicht schon so... Du mal, komm, erzähl du mal heute. Ich habe den ganzen Tag im Büro heute so gesessen. Merkt man dir aber gar nicht so an. Ich weiß nicht, ob das eine gute Nachricht ist oder eine schlechte Nachricht. Weil du siehst ja immer, nicht immer, aber manchmal ein bisschen kaputt aus. Du siehst ja immer manchmal ein bisschen, meistens kaputt aus. Also meistens ist es schon so ein bisschen müde aus, angeschlagen. Deswegen ist mir das gar nicht so aufgefallen. Ja, siehste. Mir wurde auch gestern nochmal gesagt, du siehst aber kaputt aus. Ja, ja. Das ist immer so ein geiles Kompliment. Da denkst du halt, naja. Ja, stimmt. Aber du kannst dich auch nicht schlecht gegen wehren, gegen sowas, ne? Nee, kannst du nicht. Das Paradoxe ist, ich könnte ja auch mal Urlaub wahrscheinlich gebrauchen. Ja. Nur ich hasse Urlaub. Also immer, wenn ich wegfahre, denke ich, ich sitze jetzt hier und bezahle so viel Kohle dafür. Und zu Hause die Miete wird ja auch nicht ausgesetzt, obwohl ich da gar nicht bin gerade. Und da denke ich so sehr drüber nach, dass ich mich im Urlaub nicht wohlfühlen kann. Das ist tatsächlich die negativste Sicht, die ich jemals gehört habe über das Konzept Urlaub. Dazu möchte ich dir jetzt ganz herzlich gratulieren, ja? Dankeschön. Weil diese Sichtweise habe ich echt noch nie gehört. Ich habe natürlich so, weißt du, Leute, die sagen, gut, ich fahre halt nicht so gern weg und sonst irgendwie was. Aber das sieht das mal so. Ich fahre nicht weg, weil ich gleichzeitig Miete zahle. Wann soll das überhaupt? Das finde ich eigentlich total charmant, muss ich sagen. Also schön, finde ich gut. Einfach mal. Bin zu geizig für Urlaub, wirklich, das ist so. Ich bin ja bei Sachen wie mir mal was Schönes, Leckeres zu essen gönnen oder mir ein Filmchen kaufen oder sowas. Oder sonst irgendwie einen schönen Nerdkram mir gönnen, da gebe ich das Geld gerne mit offenen Händen aus. Aber für Urlaub bin ich viel zu geizig, weil das ist auch sowas überhaupt nicht in den Händen Haltbares oder so. Ich verstehe das nicht. Da möchte ich dir aber wirklich widersprechen jetzt. Also ich habe schon, ich habe schöne Erlebnisse in Urlauben gehabt. Ja, natürlich, ich ja auch. Damit meine ich jetzt nicht irgendwo besoffen am Strand liegen um 10 Uhr morgens oder sowas, sondern ich meine wirklich auch schöne Erlebnisse und Erinnerungen, die abgespeichert sind. Also deswegen würde ich sagen, das könnte ich, also für mich jetzt nicht so unterschreiben, was du sagst. Ja, ist okay, ja, ja, verstehe ich. Aber ich respektiere das total. Ja. Aber du solltest trotzdem Urlaub machen und dann machst du ihn halt zu Hause. Ja. Und machst du hier schön muckelig und, weiß ich nicht, schiebst, ich meine, du hast ja eine schier unbegrenzte Auswahl an Medien bei dir im Hause und so. Und da kannst du da bestimmt, hast du bestimmt auch irgendwo noch einen guten Whisky oder so. Und dann machst du, setz dich in deinen Ohrensessel. Das kaufe ich dir irgendwann mal. Irgendwann kriegst du von mir so einen richtigen Sherlock Holmes Sessel. Irgendwann kommt das, verspreche ich dir. Wenn ich mal irgendwann reich bin oder so, kaufe ich dir so einen Sessel. Ich möchte lieber einen Korpusiersessel und den Star Trek Next Generation Flipper. Den Star Trek Next Generation Flipper bin ich dran. Bin ich dran, dauert noch ein bisschen. Ist gut, ist gut. Mit Sebastian, ja. Aber ja, 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 so ist das. Ich mache mir jetzt ein Bier auf hier, weißt du. Weil gestern hatte ich auch so ein bisschen Bier und jetzt mache ich mir noch ein Bier auf. Weil man soll das nicht verlernen, schon lange nicht montags. So ist das, ja. Außerdem gleich anknüpfen an gestern Abend. Natürlich. Nee, ja, Sebastian, ich hoffe, dass wir trotzdem jetzt eine, dass wir dich noch ein bisschen wach halten können. Ja, guck mal. Dann haben wir ausgerechnet auch so eine Folge, die so politisch wird wieder, ja. Und so hintergründig und so ernst. Ernsthaft ist die Folge. Ich finde die aber auch ziemlich witzig über manche Strecken hinweg. Ja, naja, ja, 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 doch. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, hat die auch jede Menge Humor, ne. Von daher würde ich sagen, gehen wir rein. Welche Folge besprechen wir heute? Wir besprechen heute die Folge, die in Syndication in den USA lief am 26. September 1993 und dann mit den Staffelauftakt für die zweite Deep Space Nine Staffel bildete. Sie nennt sich The Homecoming. The Homecoming, ganz wichtig, The Homecoming, genau. In Deutschland kam das Ganze am 29. August 1994, also direkt einen Tag später irgendwie. Was? Ist das nicht einen Tag später? Nee, Quatsch, das war die Send. Ich verwechsel das. Die Send 2 kam einen Tag später. Ja. Direkt, ne, die neue Staffel. Aber wann war jetzt, das muss ich ja mal nachgucken, wann war die letzte Folge Deep Space Nine? Wann kam die? Ende Mai 1994. Ende Mai. Also es war schon eine Pause dazwischen, auch in Deutschland. Ja, so nicht so eine richtige Pause. Denn nach Ende Mai war Deep Space Nine von dem Sonntagssendeplatz verbannt worden von Sat.1. Und dann war Mitte Juli The Next Generation auf dem täglichen Sendeplatz, also unterwöchig, montags bis freitags, beendet. Und dann haben die weniger als zwei Monate nach dem Ende von Staffel 1, haben sie Deep Space Nine angefangen, nochmal von ganz von vorne täglich, montags bis freitags zu senden. Und sind jetzt auch hier auf diesem montags bis freitags fünfmal die Woche Verheizsendeschema angekommen im Herbst 1994 Deep Space Nine. Das heißt, das kommt jetzt auch alles unterwöchig, was wir besprechen werden aus der zweiten Staffel. Nur eben im Anschluss an Dinge. Die großen Pläne aus Star Trek Deep Space Nine, auch in Deutschland, eine wöchentliche Serie zu machen, auf die man sich freut, wo man wartet und den Tag entgegenfiebert, ist alles gescheitert. Ist einfach in die tägliche Rotation reingekippt worden. Und du sagst schon, verheizt. Auf der einen Seite ist das natürlich irgendwie auch geil, dass du so viel Star Trek hast, jeden Tag. Auf der anderen Seite ist es natürlich wahnsinnig oder es ist damals wahnsinnig schwer gewesen, dem zu folgen. Also entweder hat man das religiös aufgenommen, aber nicht jeder hatte ja wirklich jeden Tag Zeit in der Woche, das zu gucken. Und damit meine ich noch nicht mal so Fans, so Ultra-Fans wie wir, die da halt tatsächlich hingegangen sind und das dann auch aufgenommen haben. Und dann auch wirklich ihren Tagesplan so gestaltet haben, dass man Zeit hatte in diesem Slot. Es geht halt um das mainstreamige Publikum. Die haben halt, ja, und dann gerade bei so einer Serie wie Deep Space Nine, wo ja doch mehr Folgen dann aufeinander aufbauen. Und das Wichtige ist, dass man das auch in der richtigen Reihenfolge guckt. Für die war das dann halt wesentlich weniger interessant. Aber es wird sicherlich auch nicht die besten Einschaltquoten gehabt haben, muss man sagen, in diesem wirklichen Sende. Nee, nee, ich glaube, da hat man sich mehr von versprochen, nachdem Emissary als Filmfilm ja sogar am Freitagabend kam. Und dann blieb es auf dem Sonntag und irgendwann hat man da mal zugesehen, dass man es vom Sonntag auch wieder runterbekommt. Jaja, da hast du völlig recht. Aber, Simon, die zweite Deep Space Nine Staffel, nee, anders. Es wird ja so oft gesagt, Deep Space Nine geht erst ab der Staffel drei richtig los. Oder manche sagen sogar, Deep Space Nine geht erst ab Staffel vier so richtig los. Und da ist in gewisser Weise was dran. Denn wenn ich mich an die zweite Staffel zurückerinnere, mag ich dir jetzt mal meinen persönlichen Eindruck, meine persönliche Remi-Demineszenz verraten. Dann sind da zwar noch einige Episoden drin, die wie eine Next-Generation-Episode ist, die sich verlaufen hat und versehentlich zur Station gerannt ist. Aber es sind doch ganz, ganz, ganz viele Folgen, viel mehr als in der Staffel eins, die so sind wie Emissary und Progress und Dewitt und In the Hands of the Prophets, will sagen, die sind so typisch Cardassia und Bajor und Deep Space Nine. Die können nur da spielen. Und die zweite Staffel macht schon so viel Eigenes und so viel Spektakuläres, wie ich finde, dass ich hier und jetzt sage, das ist eine der unterschätzendsten Start-Fact-Staffeln, die es überhaupt gibt. Und ich möchte auch jetzt schon die Prognose stellen, ich kenne zwar deine Wertung nicht, aber wenn es jetzt nur auf meine Wertungen der einzelnen Episoden ankäme, dann würde die ziemlich weit oben in die Rangliste unserer Wertungen einsteigen, schätzungsweise. Alles natürlich mit der Möglichkeit, dass ich so daneben liege, wie du bei der sechsten Staffel Next Generation daneben geliegen hast. Aber das haue ich jetzt trotzdem mal raus. Und ich möchte am Ende dieser Staffel, in etwa einem Jahr, möchte ich das nochmal wieder aufgreifen und mit dir gerne abgleichen, ob die Realität da was anderes mitgemacht hat. Es ist spannend, ja, definitiv. Ich bin gerade hier parallel, als du das gesagt hast, mal unsere Liste durchgegangen. Denn für alle, die es nicht wissen, auf www.treckamdienstag.de, www könnt ihr auch weglassen, unsere Homepage für diesen Podcast, wo man wunderbar kommentieren kann und noch viele andere Sachen findet, findet man auch eine Liste aller Episoden, die wir auch noch aufnehmen werden, also der regulären Episoden. Und da bin ich jetzt gerade die Deep Space Nine Staffel so parallel ein bisschen durchgegangen. Und ich bin über viele Folgentitel gestolpert, wo ich sagen würde, wow, geil, da habe ich wärmste Erinnerungen dran. Deswegen würde ich das gar nicht mal so in Frage stellen, was du sagst. Ich will noch einen Satz dazu sagen, wo du sagst, so manche sagen, DS9 geht erst mit Staffel 3 richtig los oder mit Staffel 4 richtig los. Ich würde ja sagen, Deep Space Nine geht mit Staffel 1 richtig los. Ja, natürlich, es geht mit Emissary richtig los. Unheimlich wichtige Folge, also auch die wirkliche Grundlage liegt für vieles, was wir jetzt hier sehen, aber auch ein paar Kira-Folgen, die wir ja besprochen haben, die uns gut gefallen haben, die super wichtig sind. Odo-Folgen, diese Charakterfolgen, die auch wirklich eine Grundlage schaffen für das, was wir dann später erleben. Klar, ein bisschen holprig alles, ja, auch ein paar richtige Stinker dabei, aber dennoch, da geht Deep Space Nine los. Also es ist halt einfach, man kann sagen, ab Staffel 3 schalten sie vielleicht nochmal einen Gang hoch oder sonst was, das kann man ja so sehen. Aber dieses, das brauchst du ja, guck erst, wenn der Sisko eine Glatze hat, guck sie ja an, dann wird richtig gut. Würde ich nicht sagen, da verpasst man viele schöne Sachen auch in der zweiten Staffel, glaube ich. Und ich, ach nee, das sag ich nicht jetzt. Ich will mir auch noch ein bisschen Munition aufbewahren, dass ich in den kommenden Folgen auch noch was zu erzählen habe zu diesen Staffelbewertungen. Ja, aber du hast völlig recht, Deep Space Nine geht da los, geht am Anfang los einfach. Aber es dauert, das würde ich durchaus sagen, es dauert wirklich eine Zeit lang, bis Deep Space Nine sich traut, sein eigenes Ding zu machen. Und nicht so jede zweite oder dritte Woche rüberschielt zum großen, beliebteren Next Generation Bruder und so denkt, da können wir nicht mal so eine Folge machen mit so einem Planeten der Woche oder so einem Völkchen, was wir nie wieder sehen. Das funktioniert doch gut da drüben. Lass uns das doch auch hier machen. Da liegt kein großer Segen drauf, habe ich immer so das Gefühl bei Deep Space Nine. Aber es dauert echt eine Zeit lang, bis sie das auch selbst gemerkt haben, oder? Ja, in der Tat. In der Tat dauert das eine Zeit lang, bis der Mut da war. Wobei, und das ist jetzt auch eine gute Überleitung zur heutigen Folge, die wir besprechen, Michael Piller ja schon immer viel Wert darauf gelegt hat, dass Deep Space Nine eine Einzigartigkeit besitzt. Und deswegen hat er auch gesagt, im Outdoor-Zimmer gab es wahrscheinlich so ein Kick-Off-Meeting, wie man so schön sagt. Kick-Off, zweite Staffel. Hat er gesagt, Freunde, wir machen Deep Space Nine, das ist was Besonderes. Deswegen sucht doch nicht immer die Nähe zu TNG. Versucht mal, euch auf diese besagte Einzigartigkeit der Serie zu konzentrieren. Wir möchten jetzt diese Staffel mit Geschichten anfangen, die, genauso wie die letzten beiden der ersten Staffel, etwas erzählen, dass nur hier auf dieser komischen, ranzig-rappeligen Station am Rande des Wurmlochs funktioniert und nicht bei dem Genre of the Enterprise so jeden Morgen schön durchgesaugt wird. Ja, wir kennen jetzt seit DeWitt und In the Hands of the Prophets die Stärken der Serie. Die nehmen wir in den Fokus. Da graben wir tiefer. Ja, und Ira Baer, der sagte, ja, wir nahmen uns vor, einen Dreiteiler zu erzählen. Ja, einen Dreiteiler. Unheard of. Ja, Anglizismen. Thema. Kriegen wir manchmal gesagt, was sind denn so Anglizismen und was bedeuten die und so? Ich muss mich ein bisschen bremsen, ich muss mich ein bisschen einbremsen, aber es gibt Leute, die haben das vielleicht nicht schließlich. Aber unerhört, sage ich jetzt einfach mal, ja, unerhört, dass man einen Dreiteiler da gemacht hat. Und Ira Baer sagte auch wirklich zu, wir waren ganz schön mutig, mutig und dumm. Aber mal gucken, ob das so dumm ist. Ist ja übrigens der letzte Vollblut-Dreiteiler bis Enterprise-Staffel 4. Krass, ja. Wir haben, stimmt, Vollblut, ne? Also wirklich ein Dreiteiler, wirklich, das ist jetzt ein Dreiteiler. Wir haben natürlich dann im Verlauf von Deep Space Nine ganze Arcs. Man kann ja auch sagen, beispielsweise, dass in der siebten Staffel, dass das so zehn Teile sind im Grunde, ne? Aber das ist einfach ein fortschreitender Handlungsbogen. Es ist aber nicht diese abgeschlossene Geschichte, die in drei Folgen erzählt wird. So ist es. Man könnte jetzt sagen, von der sechsten in die siebten Staffel rein, Tears of the Prophets, Image in the Sand, Shadows and Symbols, ist ein Dreiteiler. Aber auch nicht so richtig. Das hier ist ein richtiger, waschechter, so gemeinter Dreiteiler, den wir hier sehen. Und der letzte, wie gesagt, bis in zehn Jahren, bis in zehn Produktionsjahren. Und nicht ganz in zehn Jahren, aber auch in vielen Jahren. Trick am Dienstag. Ja. Acht Jahre und ein paar kaputte. Acht, glaube ich. Ja, ja, acht Jahre. In acht Jahren sprechen wir dann nochmal. Sprechen wir es nochmal an. Ja. Schon vor zwei Jahren hatte Jerry Taylor eine Geschichte für TNG geschrieben, die von einer Bajoranerin handelt, die aus Kriegsgefangenschaft befreit werden muss. Eine ehemals große Anführerin, die aber gar keine Anführerin mehr sein möchte und dann im Laufe der Story doch zur widerwähligen Heldin wird. Das kommt einem so ganz leicht bekannt vor und es ist kein Wunder. Nee, denn Teile dieser Geschichte wurden genommen und zu Roe Lahren umgebaut. Aber dieses Ding mit Kriegsgefangenschaft und ich will hier keine Heldin sein, das haben sie aus der Roe Lahren ein wenig rausgezogen. Und das hat sogar der Michael Piller, kann man schon fast sagen, gewaltsam an sich gerissen. Diese Story-Premisse, er hat nämlich zu Jerry Taylor gesagt, die ja die Showrunnerin auf der anderen Straßenseite bei Next Generation ist. Ich nehme die weg, ich brauche die für Deep Space, nein. Nach fast zwei Jahren kam die Jerry Taylor dann zu Michael und hat gesagt, hör mal, entweder machst du jetzt was mit der Geschichte oder ich benutze sie jetzt für TNG. Ja, weil dass sie da irgendwo im Limbus rumirrt, ja, das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. Und deswegen hat der Piller, der hat dann gesagt, nee, nee, die Geschichte behalte ich mal schön, ja. Und hat kurzerhand dann diesen Dreiteiler daraus gebaut, aber das hat er nicht alles alleine gemacht. Nein, er hat das Drehbuch aufgeteilt, er hat gesagt, Ira Baer, du schreibst Teil 1, Peter Alan Fields, du schreibst Teil 2, schon mal zwei gute Wahlen, eigentlich muss man so sagen, ja. Total, ja. Und ich selbst nehme mir den dritten und letzten Teil vor. Und wir geben uns auch Mühe, dass wir das Ganze, achte drauf, konzertiert angehen, Simon. Nicht wie die neue Star Wars Trilogie beispielsweise, ne? Nee, nee, nee. Da saß man nämlich nicht im gleichen Büro wie unsere drei Reckeneer, die haben sich nämlich zusammen in eine Butze gesetzt, haben das aufeinander abgestimmt. Teil 1 und Teil 2 haben sie gemeinsam geknackt, gebrokt, wie es immer so heißt. Und Teil 3 dann, als Bär schon das finale Drehbuch zu diesem ersten Teil schrieb, den wir heute besprechen. Und Bär hat dann auch noch einen kleinen Twist reingebracht. Bär, der alte Filmfreund, hat sich an einem Film orientiert, den ich erst neulich in der fantastischen 4K-Restauration von Paramount gesehen habe. The Man Who Shot Liberty Valance. Der Mann, der Liberty Valance erschoss mit Jimmy Stewart und John Wayne. Und er hat sich aus diesem Film abgeguckt, er nimmt nicht einen Helden, der ein echter Held ist und keiner mehr sein will, sondern er nimmt auch noch einen Helden, der deswegen kein Held sein will, weil das Heldentum auf einem Irrtum, auf einem Missverständnis beruht. Das sind natürlich fette Spoiler, die wir hier loslassen, ja, zu Beginn, aber wir hoffen, ihr habt fleißig die Hausaufgaben gemacht und Homecoming schon gesehen. Aber es wird ja auch alles schon in der ersten Folge dieses Dreiteiles enthüllt. Also das ist jetzt nichts, was irgendwie am Ende erst rauskommt, sondern das ist ja tatsächlich das. Wie es losgeht, also nicht ganz, später in der Folge. Los geht's mit einer schönen Kamerafahrt, Sebastian. Wir sind wieder auf Deep Space Nine, das wird richtig so ein bisschen zelebriert. Wir sehen so Charaktere, alle freuen sich ein bisschen. Der Odo pfeift den Quark so ein bisschen zusammen wegen so einem Frachtschiff, da gibt's gleich wieder Stress. Und Sebastian, ich hab das Gefühl, als hätte ich Quark seit Monaten nicht gesehen, als wäre er das erste Mal wieder da. Du bist das erste Mal seit Monaten wieder in Quarks, Simon. Richtig. Denn in DeWitt und in The Hands of the Prophets waren wir nicht in Quarks. Nein. Und danach haben wir den großen Next Generation Zweiteiler besprochen mit Brosis und so. Und du, Simon, du warst schon lange nicht mehr in dieser Pinte. Und in den letzten Folgen hat Quark jeweils nur einen Satz gesagt, gefühlt oder so, ja. Irgendein, so ein One-Liner hat er rausgehauen, sowohl in DeWitt als auch in The Hands of the Prophets. Und jetzt, und jetzt darf er endlich mal auch wieder ein bisschen was erzählen hier. Auch nicht wahnsinnig viel, er hat nicht so viel mit der Handlung zu tun, aber ein bisschen was. Ich finde aber schon. Ich finde, ja gut, für seine Fällen ist es stimmt, ja. Also er hat gleich drei Schlüssel-Szenen mindestens, oder? Ja, schauen wir das mal an. Ist ein bisschen, weil ich mehr als ich es gesehen habe. Aber es stimmt ja, jetzt wo du sagst, fällt mir natürlich ein, was wir mit ihm anstellen. Ja. Beträge im Schluck. Und dann erzähle ich euch, nach dieser Kamerafahrt durch den ersten Stock rein, ne, und dann schön auf unten auf die Dabo-Tische gefilmt, du sagst es schon, kommt der Odo an. Und Odo ist neben der Rille. Der sagt nämlich, hör mal, diese Schmuggler, von denen du mir einen vorgesungen hast, wie ein überreifes Vögelchen, mein lieber Quark. Ja? Ja, du hattest recht, das sind Schmuggler und ich hab die alle hops genommen. Ja, sag ich doch, Glückwunsch, ich wusste, du schaffst das und so weiter und so fort. Das passt natürlich dem Odo überhaupt nicht in den Kram. Und noch eine dritte Gestalt regt sich in der Unschärfe des Hintergrunds, während die beiden sich da unterhalten. Nämlich, man sieht den Ferengi Pitboss seit längerer Zeit mal wieder, den Rorm. Der steht da und kriegt noch größere Ohren, als er sowieso schon hat, weil das interessiert ihn auch tierisch. Was hat der Quark gemacht? Der hat irgendwelche Schmuggler-Verpfiffen an Odo? Unerhört. Ja, anhört auf, jetzt nochmal. Unerhört. Und der Dialog ist ja schon mal wieder schön. Dieses Gespräch zwischen den beiden, die Art des Gesprächs, behandelst du mich wie einen Feind. Du bist der Feind. Ja, ich mag dieses wunderbar, diese wunderbaren Fragen, die, die, na, wie heißen so Fragen, wo man die Antwort gar nicht hören will? Suggestiv-Fragen, rhetorische Fragen. Rhetorisch, ja genau, rhetorische, diese rhetorischen Fragen, die er da stellt. Mein Gott, das ist ja auch, dass mir das nicht eingefallen ist jetzt. Ich glaube, ich brauche auch, ich brauche wirklich Urlaub. Siehst du, ich brauche Urlaub. Du brauchst Urlaub, Simon, ja, ja. Eine kurze Beobachtung, Odo. Ja. Eine Maske ist natürlich wieder ein bisschen verfeinert worden im Vergleich zur ersten Staffel. Da hat sich was getan. Die Frisur geht gar nicht, finde ich hier. Also das sieht sowas von fake aus, diese Frisur. Das ist, jetzt bin ich mal hier der Frisurmann. Ja. Denn das ist so zurückgegelt, ganz komisch. Und das sieht einfach, einfach sowas wie, es ist eine Perücke, klar. Aber es sieht halt so dermaßen krass nach einer Perücke aus. Das sieht so ein bisschen aus wie diese, ja, so eine Puppe, so Puppenhaare. Weißt du, so sieht das aus. Die so durch so Löcher von innen so vernäht sind irgendwie. Ja, ist ja bei einer Perücke auch genauso. Also ja, habe ich gar nicht so drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ich war fasziniert davon, dass ich den Banta, da haben wir mal wieder einen Anglizismus, den ich nicht erkläre, den Banta zwischen Odo und Quark hier mal wieder genießen durfte. Denn die sind in der letzten Zeit so ein bisschen sparsam nur aneinander gerattelt. Gerattelt? Aneinander gerattelt? Ja, sorry jetzt. Rappelt, gesattelt. Gewappelt. Aneinander gewabbelt sind die selten mal in letzter Zeit. Ich brauche auch Urlaub, mache aber keinen. Magst du nämlich nicht. Nee, ich mag das gar nicht. Und Odo muss aber auch zugeben, ich kann mir da keinen fucking Reim drauf machen, dass du hier diese lukrativen Schmuggler, deine Kumpel, deine feinen Herrenverbrecher verpfeißt. Was soll das denn? Und wer sich auch keinen Reim drauf machen kann, du hast es schon richtig gesagt, ist Rom. Denn als Odo dann verwirrt, sich trollt. Na, Odo Quark sagt, Quark gibt ja sogar noch eine Erklärung mit, Simon. Er sagt, Friedensstillstand, ich dachte, jetzt sind wir Freunde von nun an, habe ich beschlossen, ne? Jetzt ist Waffenstillstand, finde ich toll. Ja, ja, richtig, ja, Waffenstillstand, er bietet einen Waffenstillstand, wir werden Freunde sein und so und du hast immer etwas vor, sagt Odo und geht weg, also du planst irgendwas, wenn du sowas hier behauptest. Und dann erklärt er dem Rom, der hier schon sehr in diesem Rom-Duktus ist, viel mehr, als wir den Ferengi Pit Boss jemals sich haben verhalten sehen. Also der, äh, brother, es geht schon in diese Richtung, ja. Und der fragt auch, warum hast du den, warum hast du den so nett zu dem Odo, warum hast du den Schwuggler verraten? Und dann klärt Quark das ja auf. Gibt so eine Erwerbsregel, ab und zu muss man mit seinen Feinden Frieden schließen, das verwirrt die, wie verrückt. Und dann geht er weg. Und man sieht, nicht nur der Feind Odo ist total verwirrt, auch Rom hat es immer noch nicht kapiert, sondern bleibt verwirrt. Und das ist ein bisschen schade, hätte ich ihm so ein bisschen mehr zugetraut, dass er dann sagt, ah ja, ja klar, ist ja eine Erwerbsregel. I see, brother. Also so, dass er das dann in diese Richtung geht. Ja, ja. Du bist so klug. Naja, Quark geht dann weg, will die Treppe hochstiefeln und dann kommt ihm eine Frau entgegen, eine Alien-Frau in so einem Bodysuit, in so einem engen, ja. Ja, die beiden treffen sich auf der Treppe und Quark ist so, ah, haha, weißt du, der schmierige Ferengi-Gastgeber. Ah, ich bring dir ein schwarzes Loch, sagt er, ein Black Hole Drink, ja. Kann ich dir ein Black Hole Drink? Aber sie fragt ihn dann, ah, weißt du, ob irgendwer nach Bajor fliegt? Warum? Was willst du denn auf Bajor? Ich will etwas schmuggeln. Aha. Und dann hält sie, die übrigens noch zweimal wiederkommen wird, dieser Charakter, das soll man gar nicht meinen, dass das ein wiederkehrender Deep Space Nine-Charakter ist, aber sie wird noch zweimal wiederkommen. Leslie Bevis ist das, die kennen auch viele von euch aus Spaceballs. Da spielt sie die Zirconia oder irgendwie so heißt sie, weißt du, wen ich meine, Simon? Die eine, die so ein bisschen aussieht, als wäre sie Brigitte Nielsen, aber sie ist nicht Brigitte Nielsen, die auch beim Imperium des Scrooops angestellt ist. Ja, 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 ja. Das ist die, das ist die. Ach, das ist die, tatsächlich. Das ist Leslie Bevis, ja. Ach, schön, die zu sehen, die ist ein fantastischer Charakter in Spaceballs. Ja. Ach, ja, aber was schmuggelt sie? Sie hat einen bajoranischen Ohrring dabei und, mhm, aber die Geschichte hinter dem Ohrring, die hier schon angedeutet wird von ihr, die ist, achte drauf, unheard of. Der Ohrring stammt nämlich von Cardassia 4. Ja, das ist halt ein ganz besonderer Ohrring. Wenn du den da vorzeigst bei den Bajoranern, dann werden sie auch verstehen. Und sie hat ihn von einem Offizier auf Cardassia 4. Wir wissen nicht genau, wer das ist. Passt so ein bisschen auch zu Dude. Vielleicht glaubt man im ersten Moment, das ist so ein Sympathisant für die Bajoraner oder so. Vielleicht gibt es da schon so eine richtige Bewegung. Aber dieser Offizier hat halt gesagt, nimm diesen Ohrring mit, schmuggel, bring den nach Bajor, zeig den da vor und dann wird man schon verstehen, was damit gemeint ist. Und Quark, der ahnt jetzt noch nichts von dieser Wichtigkeit dieses Dings, der will den jetzt erstmal kaufen von ihr. Ich konnte den doch abkaufen und kümmere mich, ich kümmere mich dann darum, weil der wittert ein Geschäft. Ja, ich glaube aber, er wittert eher, dass er sich bei Kiran ein bisschen schön Wetter machen kann, weil er sagt, ja, ja, ich weiß, wer das gut verbringen kann, gib mir. Hier, dann kriegt er das Ding, kriegt noch ein Küsschen auf die Wange und dann ist er um einen Ohrring reicher. Und Simon, der Quark hat doch ein Verhältnis mit der, oder? Die haben doch was, weil der tunkt ja ohne gefragt seinen kleinen Finger in ihren Drink und probiert mal. Und sie bleibt auch ganz lastiv auf der Treppe sitzen. Es gibt ein Küsschen und so. Also vielleicht war da mal was. Also das könnte ich mir bei den beiden jetzt gerade schon vorstellen. So wird das gespielt für mich. Eine geschäftliche Beziehung, die dann aus geschäftlichen Gründen eine etwas engere Beziehung wurde, würde ich behaupten. Ist ja immer so ein Hintergedanke dahinter wahrscheinlich. Ja. Und, nee, nee, das wollte ich jetzt nicht andeuten. Aber schon, da war eine Agenda, wie man heute so schön sagt, eine Agenda war dahinter und deswegen kann das sein, glaube ich. Aber vielleicht ist auch Quark, ich habe ja schon gesagt, Quark ist öfter mal so. Ja. Und vor allen Dingen, sie scheint ja auch so zwielichtig zu sein, da aus diesen kriminellen Gruppen zu stammen, die bei Quarks ein- und ausgehen. Und deswegen, da benimmt man sich einfach so. Das ist wie, weiß ich nicht, wie ein Golden Nantschuh, hätte ich jetzt fast gesagt. Es ist halt so eine Gruppe, die halt eine eigene Sprache einfach hat, ein eigenes Verhalten. Ja, so eine Parallelgesellschaft. Ja, so eine Halbwelt-Logik mit ihren eigenen Regeln, ne? Hm, okay. Genau, ja. Aber du hast recht, Quark will das jetzt das Eil nutzen, um sich bei Kira einzuschleimen. Und deswegen stapft er jetzt auch, gehen Kira und zu der schalten wir jetzt. Kira ist beim Beten, beim Meditieren in ihrem Quartier, hat die Hände so erhoben, sitzt vor diesem Bajoranischen Gebetskreis, der aus der Botany Bay besteht, haben wir ja schon mal kurz erwähnt, die da so in Kreise gelegt ist. Kira hat interessant, was es auf Bajor noch gibt, was man heute gar nicht mehr so auf der Erde in der Form sieht. Ich weiß, was zu sagen. Ich freue mich, dass dir das auch aufgefallen ist, bitte. Sie hat eine Pockenimpfung bekommen irgendwann mal, ne? Sie hat diese Pockenimpfnarbe am Oberarm. Das ist halt so zentral in dieser Einstellung, dass dir das auffallen muss. Ja. Und das ist jetzt ja erstmal nichts Schlimmes, ja, also meine Eltern haben auch sowas, aber ich habe es aber schon mal nicht mehr, ne? Aber ich habe sowas nicht, genau, also wir haben sowas nicht mehr bekommen. Und es ist aber, du guckst da, du musst da einfach hingucken und du denkst dann da dran, ach guck mal, eine Pockenimpfungsnarbe. Ja. Aber dann denkt man erstmal, oh ne, wie doof. Und dann denkt man wieder, ne, auf Bajor, da gehen die Uhren anders, da kriegen die vielleicht noch diese Pockenimpfung, die ja eher aussieht, als hätte da einer so eine Ausstanzung in den Armen richtig reinbekommen. Ja, cool. Ja, sie ist am Beten, ne? Also wir sind auch in, zuerst dachte ich, das ist der Tempel, ist aber gar nicht der Tempel, das ist Kiras Quartier. Und das finde ich auch schön, dass wir jetzt ein bisschen in die Quartiere gucken. Mal beim Cisco haben wir schon ein bisschen was gesehen, aber und bei den O'Briens haben wir mal kurz gesehen, jetzt sind wir auch mal bei Kira zu Hause. Und die Kira sitzt halt nicht da und isst Spaghetti mit Kringelbrot, die betet halt, ne? Oder Kaltsalat. Kaltsalat, rothianischen Kaltsalat, ja. Wer nicht weiß, was wir meinen, hört sich unsere, kommt die noch oder gab's die schon? Die war schon längst, ja, ja, ja. Unsere vergangene Buchclub-Folge an mit Gerrit, ja, da bin ich nicht klar gekommen mit den Mahlzeiten, die da beschrieben wurden. Naja, Quark kommt rein, ah, was machst du hier, du dummer Troll? Na, sie ist einfach, das sagt sie nicht, sie ist einfach not amused, um den nächsten Anglizismus zu bringen. Sie ist not amused und Quark stapft da rein, ah, ich hab was für ihn. Und dann geht sie erstmal ins Schlafzimmer, ne, offensichtlich, um sich anzuziehen. Oh, ist das das Schlafzimmer? Ja. Und wenn du hier reinkommst, dann krempel ich dich auf links, du Furzknoten, du. Also, er fängt noch an, ja, aber das ist doch so schön hier und Kira, ah, und sie will ihn rausschmeißen. Fünf Sekunden, drei, zwei, eins. Und in der letzten Sekunde hebt, holt er, hebt er den hoch. Das klingt komisch. Holte er den, erlebe hoch, erlebe hoch. Nein, in der letzten Sekunde hebt er den Ohrring hoch, ich sage es jetzt, hält er den Ohrring in der Hand und zeigt den. Und dann ist ja Kira wie elektrifucking-siert. Woher hast du den? Ja, den hab ich von, der kommt von Cardassia 4. Und da hab ich dann so, ich muss los, sagt Kira. Schnappt sich den Ohrring und steuert auf die Tür zu und lässt einen, ja, doch angefressenen Quark da einfach stehen. Der hat sich jetzt gedacht, wow, jetzt hab ich ihr Magen gefallen getan und jetzt lässt sie mich einfach hier stehen. Ich finde tatsächlich, also klar, Quark ist ein schmieriger, schleimiger Barkeep, ja, und der geifert die Kira an und sie ist genervt von ihm. Aber immerhin hat er den Ohrring zu ihr gebracht. Er hätte ihn auch verticken können, ne. Also finde ich auch ein bisschen unfair, Quark gegenüber hier, die Reaktion. Ich finde, Quark ist sehr, sehr oft auch einfach ein Freund. Und das wird sehr, sehr oft mit Füßen getreten von den anderen Charakteren. Das muss aber noch ausgebaut werden, ne. Also aktuell haben wir von Quark ja eher eine, wir wissen ja noch nicht, dass in diesem kleinen Verengi-Korpus ein großes Herz schlägt. Ja. Ja, und er sagt, ja, ist ein Geschenk. Sagt er dann zu der Luft und dann gehen wir in den Vorspann. Und wir kommen aus dem Vorspann raus und sind auf der Promenade, wie der Chief manchmal sagt. Und auch da ist wieder richtig schön was los, ne, auf der Promenade. Jake läuft umher und sagt, Vater, Vater, warte doch mal. Dann geht's diese kleine Wendeltreppe runter. Und er sagt, ich hab Neuigkeiten, Wahnsinn. Und jetzt kommt so ein, ja, jetzt kommt so ein Vater-Sohn-Gespräch, das ein bisschen klischeebeladen ist, aber trotzdem schön. Er sagt nämlich, Mensch, Vater, guck mal, wie groß ich geworden bin. Denn jetzt passiert etwas mit Sir Rocklofton, ja. Vorher war da irgendwie der kleine Jake. Und der wird jetzt unheimlich schnell sehr groß. Ja. Riesig. Ne, er sagt das aber nicht zu Cisco. Er sagt, ich hab die Lara kennengelernt und die ist, das ist ein bajoranisches Mädchen, glaub ich, und ich hab die kennengelernt und ich hab mich gefragt, ob du so ein paar Tipps hast. Ne, Quatsch. Er will halt seinen Rat haben, aber, aber Cisco gibt jetzt Tipps, so komische Tipps, die, glaub ich, nicht gemeint waren. Ja, Cisco denkt noch, ja, pass auf, du willst jetzt wissen, was du zu der sagen sollst und Jake. Ist ja schon viel weiterentwickelt, er sagt. Nein, ich hab's ja schon längst mit der gesprochen. Das ist schon längst klar, dass wir was zusammen unternehmen. Sag mal, Vater, für wen hältst du mich? Für Wesley oder was? Und da ist natürlich der Cisco baff und sagt, echt jetzt, Jake, du, der erste realistische Teenager in Star Trek? Da komm ich jetzt aber als Vater nur schwer drauf klar. Das sagt uns doch diese Szene, oder? Das sagt uns diese Szene, ja. Ich find's nicht trotzdem eigentlich ganz nett, weil Jake will eigentlich zu den Holosuites gehen. Was? Die Holosuites, ja? Sagt Cisco da, du bist viel zu jung dazu. Ja, dann gehen wir in unsere Kabine, ne? Die Kabine! Da könnte ja was passieren, wenn die beiden allein sind, ne? Geht doch in die Öffentlichkeit, sagt er. Rede doch hier, auf die Promenade. Geht ein Jam-Jah-Eis essen, oder so, ne? Ihr könnt euch das Wurmloch ansehen. Und Jake sagt, ach Vater, ich weiß aber auch nicht, warum Jake zu Cisco hingegangen ist, weil... Komisch, ne? Ja. Womit rechnet er? Dass der Vater jetzt sagt, ja klar, kriegst du noch einen Fünfer für die Holosuite. Naja, vielleicht hat er mit einer cooleren Antwort gerechnet, ne? Ja, ja. Aber trotzdem, ein Gespräch, das zeigt, da geht auch das Leben weiter irgendwie. Jake wird älter und verhält sich einfach, wie so ein Teenager sich verhält. Zumindest einer, der so ist wie er. Ja, und bevor der Cisco da jetzt Damage-Control betreiben kann, um mal einen Anglizismus zu verwenden, weil er denkt, ich muss an Jake, ne, kommt dann natürlich Kira, platzt dazwischen und reißt ihn da raus aus diesen Gedanken und aus diesen Möglichkeiten. Chef, ich hab hier was, Ma, das müsste ich mit dir besprechen. Ja, ja, sagt er, komm doch mal mit und bestellt sich erstmal einen Raktagino. Ich glaube, ist das der erste Raktagino, den er bestellt? Mhm. Hat er nicht Kaffee bestellt vorher immer? Also wir haben in der ersten Staffel schon Raktagino gehört. Ich weiß nicht, ob Cisco den bestellt hat. Nein, nicht von Cisco, ich glaube von Dex. Ja. Cisco wollte Kaffee haben von O'Brien, das hat scheiße geschmeckt, das weiß ich noch. Okay. O'Brien! Er hat gesagt so. Was ist denn das für ein Raktagino hier, den er bestellt, Simon? Äh, weiß ich nicht. Raktagino. Heiß. Ein Raktagino mit Jackarinen-Schale. Sagt er auch so richtig. Und dann bestellt er sich noch was? Einen Kuchen bestellt er sich. Einen Eco-Beeren-Torte bestellt er sich ein Stück. Der hat richtig Bock jetzt auf Kaffee und Kuchen, ne, der Cisco. Ja, nicht nur Cisco. Ja. Ich sitze ja auch und wenn du mir jetzt hier einen Raktagino und Eco-Beeren-Kuchen hinstellen würdest, würde ich auch, glaube ich, sofort. Aber an der Stelle habe ich zwei Sachen mal mit Erstaunen feststellen müssen, Simon. Essen und Trinken kommt im Replimaten aus unterschiedlichen Replikatoren. Er geht erst zu dem einen Ding und sagt Raktagino und dann macht er drei Schritte nach links und dann hier noch eine Eco-Beeren-Torte. Aber die viel erstaunlichere Sache ist, und Simon, das geht für mich gar nicht, dann kommt da so ein Stückchen Kuchen raus. So ein bisschen wie Bienenstich, nur so ein bisschen höher, aber schon so ein eher trockener Kuchen. Und hast du gesehen, wie Cisco den isst? Nee. Mit Messer und Gabel isst er den Kuchen. Und da habe ich gedacht, ey, mit Messer und Gabel Kuchen essen, als wäre das so ein Schnitzel. Da rüttelt er aber wirklich am kulinarischen Watschenbaum, finde ich. Sowas macht man einfach nicht. Oder? Wäre denn eine Kuchengäbelchen, wäre die lieber gewesen dann. Das hätte ich gut gefunden, so ein kleines Kuchengäbelchen. Vielleicht haben sie sich gedacht, dieser Schrank von Cisco mit so einem kleinen Kuchengäbelchen, das sähe so ein bisschen affektiert aus. Und deswegen haben sie ihnen dann gesagt, hier komm, nimm eine ordentliche Forke und kriegst ein Messer dabei und so isst du dann dein Küchlein da. Vielleicht ist ein Ico-Bären, Ico-Bären gibt es das wirklich? Nee, ne? Ico-Bären. Nie gehört. Vielleicht ist das auch irgendwas Herzhaftes. Schon mal daran gedacht. So ein Stück Schinkenrumbe. So sieht das aber nicht aus. Da würdest du dir doch auch keinen Raktagino mit einer Jackarinen-Schale dabei bestellen. Mit Jackarinen-Abrieb, so. Ja, mein Gott, ist halt noch ganz in Gedanken, aber er ist gut drauf, er hat eigentlich gute Laune und möchte jetzt wahrscheinlich mit Cisco, äh, mit Kira möchte er jetzt einfach besprechen, was da, ne, mit seinem Sohn und ach, guck mal, Kinder und was weiß ich alles. Aber Kira sagt, ich will keinen Kuchen essen, ich will mir einen Shuttle leihen. Äh, einen Flitzer will sie haben. Einen Flitzer will sie haben. Nicht einen Shuttle-Runabout tatsächlich will sie haben, ne, also einen Flitzer, wie wir neulich gelernt haben. Einen Flitzer will sie haben. Ja, wieso? Ja, kann ich nicht sagen. Aha. Ja, naja, so geht das nicht. Das muss ich aber wissen. Nee, so geht das nicht. Bevor ich dir hier einen Runabout gebe, weil das ist nicht so, dass man einfach Kreditkarte hinlegt und da wird irgendwie, wie nennt sich das, Kautionen? Eingefroren, sondern es ist tatsächlich so, muss man jetzt mal hier sagen, was man auch will damit. Und jetzt könnte man denken, dass Kira so ein bisschen rumdruckst, aber Kira ist ja so eine von den Direkten und die sagt, ich will nach Cardassia 4 und ich will einen Bajoranischen Kriegsgefangenen retten. Und da macht Cisco das Einzige, was man in diesem Moment auch tun kann. Er macht... Also er rüft es nicht, aber könnte er, weil er hat ja eine schöne Eco-Beerentorte gegessen. Aber ja, das macht er. Und dann sagt er, ja jetzt, das wollte ich so genau gar nicht wissen. Ich wollte das nicht wissen. Wir erfahren jetzt, dass dieser O-Ring zu einem gewissen Lee Nalas gehört. Ein Widerstandsanführer, offensichtlich so der berühmteste. Großartiger Typ, der hat den Ghul Maral besiegt. Zerail. Was habe ich gesagt? Maral. Zerail. Ghul Zerail heißt er. Galzerail. Zerail. Den hat er besiegt und man hat eigentlich gedacht, also das war so ein epischer Kampf offensichtlich. Und der ist aber verschollen oder man dachte, der wäre gestorben, der Lee Nalas. Die Leiche wurde eigentlich nie gefunden. Cisco, oh. Okay, bist du sicher, dass das Ding echt ist? Ja, es ist echt. Was sagt denn die provisorische Regierung auf Bajor zu der Sache? Ach, die wieder. Ja, die Minister, die kannst du doch in der Pfeife rauchen, sagt Kira. Das sind alles nur so Opportunisten. Genauso wie der Brayle neulich ja auch nur so ein halber Diakon war. Die haben doch alle nur ihr eigenes Interesse im Kopf und seit dann auch noch die Kai Opaka weg ist, ist da jede Menge Remi Demi und keiner möchte jetzt hier Stunk machen mit den Kadassianern oder dahin fliegen oder so. Die wollen das ignorieren, dass möglicherweise Lee Nalas dort festsitzt. Finde ich übrigens gut, weil das Bajor auch wieder ein bisschen größer wirken lässt, dass es da Stress gibt und sogar Bürgerkriege, muss man sich mal vorstellen. In diesen Distrikten, wie dann die Rede davon ist, finde ich gut. Das macht Bajor so ein bisschen größer. Da ist nicht nur dieses eine Volk da. Da denkt man ja manchmal, da ist sie wie so ein Dorf mit so einem typischen TNG-Brunnen und das sind so die Bajoraner. Ja, weißt du, die in so einem Phantasialand-Cherpas-Dorf da liegen. Jeder, der schon mal an Chappas gefahren ist, der hat diesen Ohrwurm. Den habe ich auch total gehabt. Ja, großartige Wasserbahn. Ich hoffe, wenn wir diese Folge auf YouTube hochladen, dass jetzt ich diesen Algorithmus greife, dass ihr nichts gehört habt. Also, Linalas, jedenfalls könnte jemand sein, sagt Kira, wenn der lebt und wiederkommt, der könnte diese Streitähne einen, der könnte eine, die inspirieren. Deswegen wäre es super, wenn ich den wiederhole, wenn der leben würde. Das wäre für Bajor eine große Sache. Bevor Sisko eine Entscheidung treffen kann, meldet sich der Constabler. Nein. Der Meister meldet sich. Ja. Aber der hat den Constabler im Schlepptau, wie man so schön sagt, kommen Sie mal bitte in den Habitatring. Und dann sagt er so eine richtige Riker-Sache. Hier ist etwas, das sollten Sie sich besser mal selbst ansehen. Das verrate ich Ihnen nämlich nicht. Dann müsstest du schon Ihren Alabasterpöter hier ganz persönlich runterschwingen. Das finde ich immer so unverschämt. Dass man dann dem Chef nicht sagt, was ist. Das sollte ich mal bei meinem Chef versuchen. Chef, wisst ihr, was los ist? Ja, was denn? Wenn ich anrufe? Ja, das sollten Sie sich mal selbst angucken. Dann weiß ich nicht, was ich mir als nächstes angucken dürfte, wenn ich dem so käme. Naja, egal. Kannst du ja mal machen. Ja. Gucken, was passiert. Sisko sagt, okay, pass auf, ich gehe da jetzt erstmal hin. Ich überlege mir das. Und jetzt sind wir im Habitatring an so einer Ecke und auf der Wand ist ein Graffiti, so ein gelbes, neongelbes Graffiti. Das ist nämlich so ein Kreis. Mit so einem kleineren Kreis drin und so einer Art Blitz. Ja, wie so ein Gang-Sign sieht das aus. Das sieht aus wie ein Gang-Sign, ja. Und das ist das Zeichen der Allianz für globale Einheit. Und das ist der Kreis. Das müsst ihr euch mal merken. Der Kreis, das wird ganz wichtig in diesen Mehrteiler. Und das sind so richtige Faschos. Das sind die Rechten auf Bayer. Aber die wollen, dass Bayer nur den Bajoranern gehört und alle anderen, also Föderationen, sicherlich auch Odo und so. Und die haben da alle nichts zu verloren. Die sind nämlich minderwertig, wirklich. So sagt es Odo. Die sehen die als minderwertig und die sollen rausgeschmissen werden. Also so eine richtige nationalistische Terrorgruppe, ne. Und die scheinen auch nicht das erste Mal auf zu sein, dass die so auftauchen. Aber jetzt werden sie auf Deep Space Nine auch sichtbar. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Und hier in diesem Bereich, wo sie es gemacht haben, der hatte eine niedrige Sicherheitsstufe. Das heißt, man konnte da auch niemanden sehen. Ja, das ist jetzt natürlich sehr, sehr ärgerlich. Und ein Problem mehr für unseren Spencer. Und der Spencer sagt jetzt auch, es gibt keine niedrigen Sicherheitszonen mehr auf dieser Station, jetzt wo ich das Ding hier gesehen habe. Denn in der letzten Folge, das sagt er nicht, aber vielleicht meint er das ja, in der letzten Folge ist hier schon eine Schule explodiert, Freunde. Und deswegen wird das jetzt auch mal gleich enforced, um ausnahmsweise mal einen Anglizismus in dieser Sendung zu verwenden. You're excused. Danke. Es ist nur heute so, ihr Lieben. Aber das muss jetzt einfach, wir müssen das einfach so machen. Manchmal müssen wir, manchmal ist das so. Und das ist, ihr werdet es überleben. Das ist eine Ausnahme. Sisko hat den Ball in der Hand, den Baseball. Den Baseball hat er in der Hand. In If Wishes Were Rosses, wir erinnern uns, hat ihn damals geschenkt bekommen. Und spricht jetzt mit seinem alten Freund, seiner neuen Freundin Dax. Ach, willst du wieder über Baseball labern? Nee, nee. Ja gut, Curzon hat auch nur so getan, als ob er gerne über Baseball sprechen würde. Also was ist wirklich los? Und jetzt knüpfen wir eigentlich nochmal direkt an die Fragestellungen aus In the Hands of the Prophets an. Nämlich, auf Bayer ist eine solche Zerrüttung, dass wir als Föderation uns fragen, was haben wir eigentlich das letzte Jahr gemacht? Was haben wir erreicht? Oder fällt das alles in sich zusammen? Und da habe ich mich dann in diesem Moment gegen so eine Glühbirne über mir an und da habe ich mich was gefragt, Simon. Da habe ich mich nämlich gefragt, sind überhaupt Föderationsleute auf Bayer selbst, um da das voranzutreiben, dass man sich besser versteht? Oder ist das nur diese kleine Präsenz auf Deep Space Nine, die ja gar nicht viel erreichen kann, weil die sind nicht mal mehr im Orbit. Die sind ja zum Wurmloch dann abberufen worden. Und dann ist auch die Frage, ja wie willst du von so einer Station, die gar nicht mehr da ist, erwarten, dass die irgendwelche tiefschürfenden politischen Veränderungen auf Bayer erwirken? Oh, 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 da machst du jetzt einen Unlogik-Fass auf, ne? Ja. Es müsste zumindest so etwas wie eine Botschaft geben. Ja. Auf Bayer und irgendwelche Leute, die da auch mit, vielleicht auch so Mentoren oder Coachen oder so, Beobachter, Wahlbeobachter vielleicht sogar. Aber offensichtlich gibt es das nicht, weil wenn, dann erfahren wir das nicht. Nee, man hat nur das Gefühl, dass diese winzige Taskforce auf der Station. Ja. Und was haben die mit Bayer zu schaffen? Die sind ja fast nie da. Ja gut, also sie bewachen natürlich das Burm, das Burmloch. Das Burenloch, ja, ist gut. Sie bewachen ja das Wurmloch und das ist ja extrem wichtig strategisch für Bayer und so. Und das ist halt natürlich eine extrem wichtige Aufgabe. Vielleicht will man so eine ganz sanfte Annäherung machen. Aber du hast recht, eigentlich, ja, also man fragt sich auch, warum es ausgerechnet das Militär ist und warum sie nicht einen von ihren Superbotschaftern holen. Ja. Weißt du, so vom Format eines Sarek oder so, die halt da hingehen und die das schon tausendmal gemacht haben. Ist nicht da, gibt's nicht, gibt's nicht. Das muss alles jetzt gut machen. Bayer ist vielleicht ja doch nicht so wichtig. Ist auch nur so ein, ach ja, Bayer. Weißt du, es scheint ja auf Bayer ganz viele kleine Dörfer zu geben, so wie das Dorf, wo der Sirar gewohnt hat. Was schert das die Leute in diesen Dörfern, dass in dem ehemaligen Büro von dem Dukat jetzt der Spencer sitzt da oben, ganz weit weg. Was schert die das? Was soll sich da an Veränderungen oder an gesellschaftlichem Aufbruch dadurch ereignen? Das verstehe ich nicht. Ja gut, ja, verstehe ich auch nicht, weil, ne, aber vielleicht wollen die halt so, weiß ich nicht, die zu den Sternen fliegen, Sebastian. Und sollte alles noch ein bisschen komfortabler werden als in diesen Steinhöhlen beim Sirar da oder so. Ja. Wobei das schon total komfortabel aussah und auch technisch alles hochentwickelt, ne. Ist ja nicht so, dass die da wirklich irgendwie in Armut gelebt haben. Das können wir jetzt nicht alles in dieser Folge beantworten, aber wir können, also ich finde, das sollten wir im Hinterkopf behalten und mal schauen, was die Föderation eigentlich macht und was das Bajor bringt. Das ist eigentlich eine spannende Frage, ja. Aktuell bewachen sie, also helfen sie einfach militärisch, dass die Kandasianer nicht kommen und die Station wieder übernehmen. Und dann da diesen Raum kontrollieren, dieses Wurmloch kontrollieren, ne. Das ist so der größte Nutzen, den Bajor aktuell zieht. Machtpolitisch. Ja, genau. Aber gut, also das müssen wir jetzt trotzdem für diese Folge, damit sie funktioniert, so hinnehmen. Wir haben auf Bajor ganz schön was erreicht. Und das ist jetzt in Gefahr, weil sich jetzt die Gegenstimmen melden in Form des Kreises, dieser rechtsradikalen Fraktion, die sich da gebildet hat. Sisko hat an der Stelle für mich viele Parallelen mit Pike, und zwar dem Pike aus dem ersten Star Trek Pilotfilm. Diese Selbstzweifel, die der hat. So, schaffen wir das, was wir erreicht haben? Ist das nicht eigentlich alles sinnlos und so? Ich finde so ein total so, ich habe so Jeffrey-Hunter-Vibes, habe ich irgendwie wahrgenommen. Diese Vibes hatte er ja auch schon in Emissary, noch überdeutlicher, ne. Nach so einer Tragödie möchte ich am liebsten alles hinschmeißen, weil der Pike kommt ja auch gerade in The Cage von einer Mission zurück, wo ganz viele gestorben sind. Und er hat Depressionen und so, ne. Richtig, ja. Aber hier, du sagst es, ne, könnte alles in den Sack gehen auf Bayo, ich bin total unsicher. Und dann kommt er ja von selber auch drauf. So jemand wie der Linalas könnte vielleicht diese ganzen Streithähne einen und auch diesen Prozess, meine Aufgabe vereinfachen, ja, dass ich hier weiterkomme. Das Ganze mündet dann in einer schönen Szene, wo Dex den Raum verlässt, zu Kira marschiert, sie an den Schultern fasst und sagt, mhm. Und kurz darauf kommt Spencer aus seinem Büro und sagt ihre Mission zu. Und er sagt genauso wortlos zu, wie diese Kommunikation zwischen Kira und Dex war. Der macht so ein, mhm. Und es reicht eine Berührung an der Schulter. Und Simon, ich bin fucking begeistert von Deep Space Nine. Weil die Charaktere nach einer Staffel so weit sind, dass sie diese Art und Weise der wortlosen Kommunikation bei einem solchen Problem, bei einer solchen Fragestellung schon einfach durchziehen und an den Tag legen können. Und jetzt stell dir das mal vor in der ersten Folge von der zweiten Staffel von Next Generation. Es wäre undenkbar gewesen, dass sich da so dieses charakterlich Nuancierte schon herausgebildet hätte. Und das sage ich als jemand, der im Gegensatz zu vielen anderen die zweite Staffel von Star Trek The Next Generation abgöttisch liebt für ihre Freakosaurusheit. Aber das hier ist ein Level, was diese Serie an Chemie schon hervorgebracht hat zwischen den Charakteren. Nach nur einer Staffel, das ist unfassbar. Es ist auch ein erwachsenerer Umgang mit den Leuten, die sie untereinander haben. Während du bei TNG halt immer noch dieses sehr, wir müssen das jetzt mal genau erklären für den Zuschauer, was der Antrieb jeweils ist und sowas. Das haben sie hier dann schon. Hier trauen sie schnell auch den Leuten ein bisschen mehr zu, zwischen den Zeilen das zu lesen. Der Nachteil ist, und das ist kein echter Nachteil, aber auf den ersten Blick könnte man ja denken, oh, jetzt sind die Konflikte eigentlich schon weg. Ah, diese Konflikte, ich wollte doch Konflikte haben zwischen den Charakteren. Mal abgesehen davon, dass diese Konflikte durchaus noch da sind. Aber dieses Grundsätzliche, das wäre auch, glaube ich, je länger ich darüber nachdenke, desto langweiliger hätte ich das gefunden, wenn Kira jetzt immer Anti wäre oder Sisko immer Anti wäre. Und wenn die ständig in so einem Clinch wären und dann, wo du irgendwann denkst, auch jetzt ist schon wieder dieser Stress, den die beiden haben, das haben wir schon hundertmal gesehen, können die nicht eine Weiterentwicklung machen? Und hier hast du schon eine richtig geile Charakterweiterentwicklung. Nach einer Staffel ist diese Charakterweiterentwicklung da und jetzt können wir mal langsam die Bedrohung von außen reinholen. Und es steht vor allen Dingen auch, wo du gerade schon Pike gesagt hast, in einem tiefen Erbe der Original Series, wo sich nämlich noch immer zünftig gestritten wurde. Und trotzdem haben die sich gemocht und haben dann so gesagt, ja, ja, komm, du fliegst da hin und rettest den oder du nimmst das Shuttle in die Amöbe rein und kriegen wir schon irgendwie alles hin. Und das ist auch so was, das hat Next Generation und ich habe tiefe Liebe für Next Generation. All das hat Next Generation distanzierter angegangen, die perfekten Menschen. Und das ist jetzt alles wieder in deinem persönlichen Zusammenspiel viel tossiger auch. Was man hier sieht in Next Generation. In Deep Space Nine. In der Tat, ja. Es geht auch lustig, diese Verbindungen zu TOS zu ziehen. Aber stimmt, schaut euch mal TOS an. Ein paar Folgen, ihr müsst ja nicht alles gucken, wenn ihr das nicht wollt. Aber die Leute, die TOS halt komplett ignorieren, können sich ja mal so ein paar Folgen reinziehen, die ein bisschen besonderer sind, dann werdet ihr das herausfinden. Ja, klickt auf Wertungen und dann findet ihr ja die Folgen, die den D. Kelly Award gewonnen haben. Und mit denen könnt ihr anfangen. Mit denen könnt ihr anfangen und die, das garantieren wir euch, sind besondere Folgen. Ja. Also, ja, sie sind wahnsinnig weit gekommen. Absolut richtig. Habe ich ja auch stehen in meinen Notizen. Und Kira bedankt sich auch richtig bei ihm und freut sich auch darüber. Aber das Vertrauen auch, dass da ist, dass sie da jetzt keinen Krieg riskieren wird, wenn sie es nicht vermeiden kann, ja. Er sagt dann dem O'Brien, ihr macht das Shuttle fertig. Und O'Brien sagt, ach, das Shuttle, mit dem die Kira dann nach Cardassia 4 fliegen wird. Aha, du weißt das also auch schon. Und das ist nochmal so ein schönerer Moment, weil es halt zeigt, die haben schon darüber geredet und haben auch so gesagt, wir müssen es irgendwie, der Alte, der muss das auch irgendwie verstehen, dass das wichtig ist, so, weißt du? Und der Alte versteht es. Nur wundert sich natürlich, dass alle schon Bescheid wissen. Ja, aber muss dann auch dem Meister so einen kleinen Spruch drücken, indem er sagt, aha, hast da schon eine Menge darüber nachgedacht, wie du das Schiff tarnen kannst, ne? Ja, irgendwie schon, guckt der Meister dann auch belemmert leicht. Aber es ist so schön, ganz, es ist so schön. Da weitet sich mein Herz zu einem saftigen Steak, wenn ich diese Szenen sehe, ja. Total super, ja. Ja, da bist du auch wieder richtig dabei, ne? Ja. Wenn das so geschmiert läuft da. Ja, Tarnung ist wichtig, sie sollen als einen Transporter quasi, der nach irgendwas Zeug bringt dahin und so, nach Lamenda Prime, glaube ich. Tolles Theme. Ich würde jetzt nicht alles verraten, weil das zieht dann so rund, irgendwann kommt es bei Moorn an und dann weiß es die ganze Station. Ja, jetzt ist es auch soweit, die Kira macht sich gerade fertig und jetzt hat man so, ja, weiß gar nicht, wie ich diesen Modestil nennen soll, bei uranischem Militärfreizeit-Look. Also in den Produktionsmeetings haben sie sich ganz bewusst dazu entschlossen, dass sie Klamotten mit Struktur nehmen, ja. Also eine dreidimensionale Oberflächenstruktur wollten sie unbedingt haben, um sich abzuheben von den Gewändern, die sonst in Star Trek immer so gang und gäbe waren und das sieht eigentlich ganz okay aus. Natürlich sieht das ein bisschen aus, als hätte sich, kennst du diese Häkeleulen, die so Omas an der Wand hängen haben? Als hätte sich Kira so eine Häkeleule irgendwie umgehängt und, aber gut, dann hat das halt Struktur, es ist mal was anderes in Star Trek, ne? Ich hätte jetzt wahnsinnig gern so eine Häkeleule. Ja. Einfach, ich glaube, das würde mir ein bisschen so ein heimeliges Gefühl geben, weil wir hatten auch so eine Häkeleule ganz früher, ja. Siehste? Ich habe lange nicht mehr gesehen, eine Häkeleule, toll. Ich gehe gleich erst mal auf E-Mail und schieße mir eine Häkeleule, Simon. Also während Kira da schön ihre sieben Sachen packt, kommt der Sisko noch vorbei, hat den O'Brien im Schlepptaum. Auch er hat so diesen Stil an, blaues Hemdchen irgendwie, so eine Latzhose, nein, ist es nicht, aber wäre cool, wenn der O'Brien eine Latzhose an hätte. Ja, nichts drunter sonst. Und, ja, Sisko gibt dir nicht nur das Runabout, sondern er gibt dir auch den Chefingenieur mit. Ja. Und er zwingt sie da so nett zu, indem er sagt, hier, er will nicht sagen, ich mache mir total Sorgen um dich. Natürlich macht er sich total Sorgen um Kira, aber er sagt, Major, ich will den Flitzer wieder wohlbehalten zurückbekommen. Und deswegen brauchen sie einen vernünftigen Piloten, nehmen sie den mal mit. Und dann ist das so ein Knick, Knack, Zwinker, Zwinker, ja, ja, machen wir, okay, kommt mit, schön, freu mich, freu mich, freu mich. Herzlich willkommen an Bord. O'Brien sagt auch hier nochmal, ich weiß, wie die Karasianer ihre Gefangenen behalten, also der hat ja auch diese persönliche Verbindung zu diesem Konflikt. Und dann fliegt man los und man startet, sitzt im Shuttle, es geht los und dann ist Kira noch was wichtig. Sie sagt dem O'Brien nämlich, ich will noch eine Sache klarstellen, ja, wir fliegen dahin und wir kommen entweder mit Linalas zurück oder wir kommen gar nicht zurück. Und O'Brien sagt, ja, also, fahre ich verstanden. Und sie guckt total überrascht, oh, und auch das ist so eine Szene, die zeigt, da ist ein Team, der O'Brien ist jetzt im Arbeitsmodus und hilft ihr zu 100 Prozent. Der ist zu 100 Prozent an Bord. Und das überrascht sie sogar, dieses Vertrauen, dass der jetzt einfach ist und auch dieses Commitment. Und ja, wir haben uns jetzt entschieden, diese Sache mit dir gemeinsam durchzuziehen. Und das ist auch krass, finde ich, in welcher Deutlichkeit das hier präsentiert wird. Ich hoffe immer noch, es gibt eine Deleted-Szene, in der der Meister sich auch ordentlich von seiner Frau und seiner Tochter verabschiedet hat. Und dass er nicht einfach so losgezogen ist auf dieses wirkliche Himmelfahrtskommando, was er jetzt hier startet. Aber auf dieses schalten wir jetzt auch und nach wenigen Sekunden wird man schon angefunkt. Was heißt nach wenigen Sekunden? Also, vergeht so eine gewisse Zeit, ja. Und dann funkt aber auch schon ein kadassianischer Außenposten an und fragt, was macht ihr da? Und jetzt erinnert man sich vielleicht an die super ärgerliche Szene aus Star Trek VI mit Ura und dem klingonischen Wörterbuch. Und das macht man hier sowas von wieder wett und gut, was in Star Trek VI, zumindest nach meinem Dafürhalten, verkackt wurde einfach für einen Gag. Es ist überhaupt nicht lustig, es ist kein Gag, sondern es ist scheiße. Ja, was machen wir jetzt? Ja, also im Endeffekt kommt man da schon gut raus aus der Sache, denn die kadassianer, die da funken, die sehen wir auch nie, sondern wir hören die einfach nur. Die sagen, ihr habt da scheinbar Transport Martok. Hab ich das richtig verstanden? Martok, aber ja. Martok, okay, ich hab Martok verstanden. Ja, Martok. Ja, Martok. Ihre Phasenmodulatoren sind nicht in Ordnung. Klar sind die nicht in Ordnung, weil die machen ja eine andere Signatur quasi, dass man das nicht als Flitzer erkennt, als Föderationsflitzer. Und jetzt bieten die kadassianer ihre Hilfe an und sagen, hör mal, wir können euch auch eine Skru schicken, dass wir uns das mal angucken. Weil man merkt, kadassianer sind auch nicht nur böse, sondern die sagen, da stimmt was nicht, wir können euch mal Reparatur schicken. Nicht, dass irgendwas kaputt ist bei euch. Und jetzt könnte man meinen, dass die Kira und oder der O'Brien dann so machen, so als Reaktion. Ja, äh, warte mal. Ja, und das machen sie nicht. Die schalten immer auf stumm, damit die, wenn man sich beratschlagt, das nicht so mitbekommen. Und das ist echt klug, dass man hier sich schlau verhält und dumme Witze vermeidet. Ach, ich hab in die Hände geklatscht, auch einfach. Und dann zieht sich die Kira noch einfach eine Lügengeschichte aus dem Arsch, in dem sie sagt, ja, wir haben hier Zeug an Bord und der Galmarain auf Kadassia 4, der wartet da drauf. Auf die Rulot-Samen nämlich. Und, äh, der wird ungemütlich, wenn er die nicht kriegt. Ja, flieg mal weiter, kannst du ja hinterher noch reparieren lassen. Ja, tschüss. Und dann stellt sich raus, es gibt gar keinen Galmarain. Das hat die, ja, einfach irgendwie so einen Namen gesagt. Und da merkst du schon, wie die Kadassianer auch ticken. Dann musst du nur sagen, der Gal... Irgendeine Autorität wird wütend. Galgelsenkirchen wird sauer, ja, dann flieg mal weiter. Galgelsenkirchen finde ich sehr gut. Auch lustige Galnamen so. Galgelsenkirchen. Ja. Kann man, egal was ich jetzt sage, ich kann es nicht toppen. Galgelsenkirchen, sehr schön. Galmarain und Galgelsenkirchen. Ja. Die werden ganz schön ungeduldig. Ja, genau. Insbesondere, was Fußballhervorge angeht. Ähm, habe ich nicht gesagt. Okay, aber das funktioniert, der Gag funktioniert, äh, ist ja kein Gag. Also diese List funktioniert im Grunde und es ist glaubwürdig und es ist schön. Und jetzt kommt man auch bei Cardassia 4 an. Und O'Brien findet tatsächlich auf seinem Scanner bioranische Gefangene auf dem Planeten. Wie kann denn das sein? Da ist Kira auch noch mal kurz wütend, diese Speine backen, ja. Ja, die haben doch behauptet, sie hätten keine Kriegsgefangene mehr. Und jetzt, ja, jetzt haben wir so eine Rambo-2-Situation hier, ja. Es sind tatsächlich noch Kriegsgefangene in Gefangenschaft. Also natürlich eine politische Rambo-2, was für ein dummes Beispiel, ja. Geiles Beispiel. So etwas hat es ja auch, so etwas hat es ja in der Geschichte tatsächlich auch gegeben, dass Kriegsgefangene nicht freigelassen wurden nach Konflikten. Und hier haben wir jetzt so ein Beispiel. Und, das sind so viele da unten noch, wir können die nicht einfach hochbeamen, weil wir haben ja auf dem Flitzer nur so nur zwei Mann oder Frau beamen Aparillo. Und wenn wir die ersten hochbeamen, dann kriegen wir vielleicht noch die zweiten hoch, aber das sagen sie schon gar nicht mehr. Und dann ist da Rambazamba, dann werden die Schilder hochgemacht und alles ist kaputt. Und wer sagt uns, dass ausgerechnet der, den wir haben wollen, der Lien Nalas, bei den ersten beiden dabei ist. Es ist nicht ganz so unwahrscheinlich wie ein Sechser im Lotto, aber schon scheiße. Schon scheiße, genau. Und deswegen muss man da jetzt auch runter, führt keinen Weg dran vorbei. Und man beamt runter und Sebastian, wir befinden uns jetzt in einer unwirtlichen Felsenwüste, kann man fast sagen, mit vielen Kieselsteinen, einer gleißenden Sonnenbestrahlung. Und Cardesia 4 sieht ja ungemütlich aus, würde ich sagen, oder? Leck mich am Arsch, sieht das ungemütlich aus. Und bevor wir euch erzählen, was da passiert, erzählen wir euch mal, wo das gedreht wurde. Denn normalerweise ging man für solche Außendrehs in den Bronson Canyon oder aber vielleicht auch in die Vasquez Rocks. Aber das war alles schon so ein bisschen abgegriffen und da wurde schon tausend und ein Western gedreht. Und das war dem Regisseur Rick Colby einfach nicht genug. Und deswegen haben sie sich zu einer Location entschieden, die schon echt krass ist. Wofür haben sie sich entschieden? Man hat sich hier den Soledad Canyon, hat man sich niedergelassen und zwar zwischen Palmedale und Santa Clarita. Da liegt diese Gegend. Und wenn man sich bei Google mal so ein Bild anguckt, so eine Luftaufnahme von dem Ding, dann denkt man, ja, das ist eigentlich die perfekte Gegend. Für sowas, was halt aussieht wie ein Planet, da ist weit und breit nichts und es ist heiß. Und da hat man das dann halt am 7. Juli begann, an diesem Ort die Dreharbeiten, am 7. Juli 1993 zu der Episode. Und dann hat man erstmal diese Callsheets immer bekommen. Das kriegen die Schauspielerinnen Schauspieler, aber auch alle anderen an die Hand und mit Anfahrtsskizze und hast du nicht alles gesehen. Aber auf dem Callsheet stand der eine oder andere Warnhinweis. Giftige Schlangen, Bienen, Insekten, wahrscheinlich auch das eine oder andere Reptil wurde in Aussicht gestellt. Aber das war nicht das größte Problem. Das größte Problem stand gar nicht auf dem Callsheet. Das war nämlich das Wetter, die Hitze da. Das war unerträglich. Es gab keine Vegetation oder Schatten. Das war so wie Woodstock 99. Die Schauspielerinnen, vielleicht ohne die Krawalle hinterher, die Schauspielerinnen und Schauspieler agierten am Rande des Hitzeschlags. Also man hat die da so angesehen, als sie dann wieder kamen mit Sonnenbrandschwellen und Schwielen und Schwellen wahrscheinlich auch. Und Schwellen. Schwellen haben sie auch überschritten. Es war schon eine krasse Geschichte, aber dennoch erfolgreich. Also das Ergebnis kann sich ja wirklich sehen lassen. Ja, ja, Produktionsmanager Bob della Santina lobte auch, dass diese Location so eine Weite visuell rüberbrachte. Und Regisseur Rick Colby hat den besten Ausdruck dafür gefunden, den man sagen kann. Er hat es genannt, eine großartige Trostlosigkeit, eine Magnificent Desolation. Ich denke mir wirklich, also als Cardassianer da in voller Montur, da standst du wirklich, glaube ich, kurz vorm Umfallen. Das muss der Hammer gewesen sein, diesen Latexanzügen. Tatsächlich beobachten die beiden das jetzt. Und man sieht jetzt auch da tatsächlich bajoranische Gefangene bei irgendeiner Lagerarbeit. Müssen irgendwie Steine kloppen oder so, scheinen eine Mine zu sein. Und da sieht man auch schon einen dieser Bajoraner, der so im Fokus steht. Und dann denkt man sich als Zuschauer noch, das ist bestimmt der Besagte, derjenige welcher, der Nalasli. Der Nalasli, ja. Über dessen Schauspieler müssen wir uns gleich nochmal ein bisschen kurz unterhalten. Überhaupt tolle Gast saß in dieser Woche, aber jetzt nähern wir uns dem Ganzen erstmal. Denn der hat bisher nur gekniet und mal so geguckt. Und jetzt latschen O'Brien und Kira zu dem Hutet-Arbeitslager. Da so rüber, eiern da rüber und begegnen direkt einem kardassianischen Türsteher, Aufpasser und ein sehr bekanntes Gesicht aber auch. Wie ist das? Das ist John Fleck, der später den Silic bei Enterprise spielt. Der hat auch Gamma-Quadranten-Völker gespielt. Und wenn man den sieht und hört, die Stimme ist unverkennbar, John Fleck. Und interessanterweise taucht der weder im Vor- noch im Abspann auf. Er ist einfach in seiner John-Fleckigkeit da. Und obwohl er eine relativ große Rolle spielt, steht er noch nicht mal im Abspann als Coaster. Wie ein Phantom, sozusagen. Ja. Hier ist er da. Die List, die sich der O'Brien und die Kira da zurechtgelegt haben, die ist die, dass O'Brien so eine Art Zuheld, der spielt. Ja. Der bringt jetzt die Kira da an und soll sie abliefern bei irgendeinem Kall. Und da hat sie dann einen Termin, sozusagen. Und, ah, sagt der Typ. Ja, wie ist es, aber eigentlich, ne, ich bin jetzt mal hier. Ich will da. Also ich mische mich mal ein in diesen Handel. In die Wertschöpfungskette klinke ich mich ein. Weißt du, was mich total erstaunt hat, Simon? Dass tief in kardassianischem Raum auf Kadassia 4, auch am Rande eines Arbeitslagers, dass das total hingenommen wird, dass da eine bajoranische Prostituierte mit einem menschlichen Zuhälter einfach so anspaziert kommt. Und keiner fragt, was macht ihr denn eigentlich hier mitten im kardassianischen Raum? Wie kommt ihr hier hin? Es scheint, also die Syndikate und so, da ist das, ist es nicht so weit her mit dem Rassismus. Sondern das läuft da einfach alles Hand in Hand. Finde ich gut. Und der O'Brien hat ja so eine, ist ja so eine John C. Reidy Version eines Han Solo. Hier, ja. Oder? Ja, aber findest du nicht? Also, weißt du, so ein bisschen knittriger und moralisch flexibler. Und deswegen passt das. Das passt doch gut, finde ich. Also, ich hab noch nie die Parallele von Cole Mini zu John C. Reilly gezogen. Ist aber da, ne? Ja, ich auch nicht. Ab jetzt wird sie mir immer total offenkundig da sein. Oh Gott, Simon. Was hast du getan? Was hast du angeichtet? Was ich eigentlich damit sagen will, ist, er wirkt, also, er wirkt schon überzeugt. Also, der könnte irgendwie dem Orion-Syndikat anhängen oder sonst irgendwas, der O'Brien, ne? Und deswegen hat der halt da bei Orange. Und Kira wirkt ja auch wie jemand, die ihren Job irgendwie auch, ja, weiß ich nicht, ob sie ihn nicht mag oder sonst irgendwas. Aber die schon auch damit, in dieser Rolle halt dann auch ist, dieser Prostituierten, ne? Ja. Das ergibt jetzt überhaupt keinen Sinn, weil beide spielen ja eigentlich einen Muppenschanz. Ist aber auch egal, denn der Typ geht denen halt voll auf den Leim. Obwohl es in dem Moment noch lustig ist, wie er erst noch vorsichtig ist. Er macht nämlich das Kraftfeld aus, Kira läuft durch und dann siehst du, wie der O'Brien so richtig so, hm, 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 sich mit durch das Kraftfeld drücken möchte und dann geht das wieder an. Oh, scheiße. Scheiße, ja. Das war tatsächlich ein Comedy-Moment in einer solchen ernsten Situation, aber dann wird der Overseer, der John Fleck, wird ja dann auch demontiert von der Kira. Dann geht's los. Der kriegt einfach einen auf den Latz, ne? Als er sich das Hemd sehen, als er will, dass sie das Hemd aufmacht und dann ballert die Kira den nächsten Wachposten. Es geht so richtig Action-Szenen los, ja, sie ballert den nächsten Wachposten um, macht die Fernbedienung, die, äh, Schutzschirm macht's aus, O'Brien kommt mit rein und da wird jetzt richtig rumgeballert und die können die auch gut, ne? O'Brien war ja im Krieg, Kira sowieso und deswegen haben die Kalasianer überhaupt keine Chance. Nee, überhaupt gar nicht. Die haben ja auch nicht damit gerechnet, ne? Die denken, wir stehen jetzt hier oben bei uns auf den Felsen drauf und unten sind die total von der Sonne und von der Arbeit, tja, bis an den Rand der Erschöpfung gebrachten Bajorana. Da wird sich schon keiner wehren und deswegen geht dieser Plan auch auf. Das finde ich einigermaßen realistischer sogar in dem Moment. Und zielstrebig läuft, jetzt hätte ich fast Picard gesagt, nein, es ist aber Kira. Zielstrebig läuft Kira zu Linalas. Es hätte mich jetzt sehr verwundert, wenn auf einmal der Genre reingerannt wäre, da hätte ich geguckt. Linalas bekommt von seinen Leuten, die da mit ihm kauern, ah, sie haben den Ohrring bekommen, erzähl ich dir später, sie haben den Ohrring, ah. Okay, okay, okay. Und dann will man weglaufen und tatsächlich kommen jetzt die, jetzt kommt die Nachrouter der Kalasianer an, ne? Jetzt ist irgendwo Alarm ausgelöst worden und deswegen muss man jetzt Vollgas geben und da ganz schnell weg. Und da wollen sich auch welche opfern, ne? Also Leute, Mitgefangene von Linalas sagen, nee, nee, haut ihr mal ab. Wir bleiben hier, wir halten die auf. Es ist ganz wichtig, dass er hier rauskommt, weil er ist Linalas, er muss da raus. Also schon sieht man hier, wie auch diese Leute da glauben, er ist so eine Art, ja, schon fast so ein Heiliger, ne, für die, so ein Erlöser. Dann melden sich Kriegsschiffe an, man hat nur noch ganz wenig Zeit und deswegen muss man auch los. Also man kann nicht alle mitnehmen. Ein paar lässt man zurück. Das ist auch so eine Rambo-Geschichte. Das ist eine Rambo-Geschichte. Linalas wird auch angeschossen. Für mich sah das so aus, als hätten sie ihn in den Arsch geschossen. Aber wahrscheinlich haben sie ihn auch in den Arsch geschossen. Das ist ja auch gar nicht angenehm eigentlich, wenn das passiert. Und dann kommt so eine Szene für mich, wo ich denke, jetzt hört ihr auf, Sinn zu ergeben. Man ist in dem Runabout und der Linalas ist natürlich der Held, der auch sagt, nein, ich bin es nicht wert. Ihr müsst die anderen retten. Wir müssen hierbleiben, bis die an Bord sind. Und dann ist es so spät, dass irgendwann mal die Galor-Klasse Kriegsschiffe da in den Orbit einschwenken und man abhauen muss. Und dann lässt man wirklich welche da. Da habe ich gedacht, ja, ja, vor fünf Minuten habt ihr mir noch erzählt, wir können nur zwei Leute gleichzeitig hochbeamen, weil dann da unten die Hölle losbricht. Aber die Hölle ist losgebrochen. Was hält euch davon ab, die Bajoraner, die da noch stehen, um da die Stellung zu halten, an Bord zu beamen? Denn die sind ja schon außerhalb des Schutzschildes jetzt gerannt. Das haben sie ausgeschaltet und sind da rausgelaufen. Warum beamen die nicht mindestens mal zwei oder vier oder wie viel sie auch schaffen an Bord des Flitzers, bevor sie abheben? Das geht nicht. Da ist jetzt ein weiterer Schutzschild angemacht worden, von dem niemand was weiß. Der Notschutzschild. Na gut. Ja, nee, hast recht. Also beamen haben wir hier vergessen. Ich habe das aber auch vergessen, muss ich sagen, ist mir nicht aufgefallen. Ich dachte, gut, die müssen jetzt einfach los. Ja, na ja. Aber du hast recht. Ein bisschen komisch ist es auf jeden Fall. Man schafft es, ja, man ist wieder auf Deep Space Nine in einem Schnitt. Und Bajor, den wir hier zum ersten Mal sehen in dieser Folge, der behandelt dann auch den Linalas. Und Kira platzt jetzt auch direkt zum Debriefing zu Sisko. Aber Sisko, der spricht jetzt mit einem Karajaner. Einem Kajoraner. Einem Kajoraner. Oh je. Ah, ja, Mann. Und es ist geil. Ducat. Yo, mal wieder als Bildschirmschoner. Wie gesagt, wir haben ihn damals so genannt, weil er irgendwie immer nur in den ersten Folgen auf Sisko's Monitor im Spencer-Büro zu sehen war. Und jetzt ereignen sich da erstaunliche Dinge. Der Ducat weiß irgendwie, ja, wir haben Scheiße gebaut. Und jetzt müssen wir versuchen, aus der Scheiße noch Gold zu spinnen und sagen, wir wussten das doch gar nicht, dass da noch Bajoraner sind auf Kadassia 4. Das tut uns so schrecklich leid. Wusste niemand von uns. Also wir wären natürlich eine offizielle Entschuldigung. Und der Chef da auf Kadassia 4, der hat richtig Ärger bekommen. Und die anderen, die schicken wir euch nach Hause. Und ich finde es toll von Deep Space Nine, dass keiner von den beiden hinterher sagt, was für ein Bullshit. Aber dass es natürlich Bullshit ist und dass man uns, dem Zuschauer, einfach die Intelligenz zutraut, das als Bullshit zu verstehen. Ich mag das immer, wenn meine Intelligenz ernst genommen wird vom Fernsehen. Schon. Michael Lemo ist großartig in dieser Szene. Und er ist auch noch nicht mal so sehr übertrieben, ja, sondern er ist halt wirklich so, wie so ein Politiker in der Szene dann wäre oder jemand, der halt einfach den Auftrag kriegt, macht da jetzt keinen Zwischenfall draus, ja. Vielleicht hatte man das auch wirklich sogar vergessen bei den Kadassianern, weil das ist ja nicht wichtig, sind ja nur Bajoraner. Ja, ja. Und jetzt, naja, okay, Scheiße, haben sie uns erwischt, weil das gibt natürlich richtig Ärger. Ja, die Gesichter der beiden sind auch unvergleichlich, als der Dukant auflegt. Der Sisko ist so, und Kira ist, ey, glaubst du das? Ja, also das spielen die beiden gut, finde ich. Was zum Teufel war das denn jetzt? Ja. Ja, sagt der Sisko, ich bin auch sehr überrascht, ne? Und da gibt's doch bestimmt einen Grund, die haben noch noch mehr Gefangene da, und dann kam aber auch wirklich, kommt raus, dass diese Gefangenen, die man zurückgelassen hat, die sind schon am Rückweg, ne? Weiß gar nicht, ob du das gerade gesagt hast. Ja. Die sind auf dem Rückweg, ne? Und denen passiert halt nichts, sie werden nicht bestraft und so weiter. Und die Mission ist geglückt, hast du gut gemacht, sagt Sisko zu Kira. Alles super, kein Krieg, kein Stress, die Leute sind wieder da. Besser kann's ja eigentlich nicht laufen. Und Linalas ist wieder da. Wie geil ist das denn? Jetzt kann man den Plan ja endlich umsetzen, den der Sisko eigentlich hatte. Enter Linalas, enter Richard Beimer. Ja, jetzt gehen wir auf die Krankenstation und haben eine irre Einstellung einfach, denn der Linalas liegt mit dem Gesicht nach unten und kriegt wahrscheinlich den Purpose. Behandelt, der angeschossen wurde, und Beshir steht über ihm und behandelt, besagten Pöter. Und Beshir ist so, ah ja, du bist ja so ein Held, erzähl mal mit dem Galserail, wie du den umgebracht hast. Ist lange her und ich rede da nicht gerne drüber und jetzt lassen sie mich mal in Ruhe, ich hab da gar keinen Bock drauf, da drüber zu reden. Ja, ist ja schon gut, ist ja schon gut. Und vorbei ist die Behandlung. Aber auch der Beshir ist hier schon ein bisschen zurückgenommener einfach. Er ist nicht mehr so ganz so, dass er so über seine eigenen Füße stolpert. Er macht den Rückzieher im richtigen Moment von seiner kindlichen Beshirbegeisterung. Quatsch ihn nur ein bisschen voll. Linalas sagt auch, ich will aber nicht darüber reden. Und der sieht auch wirklich ausgesprochen unbegeistert aus, der Linalas. Ja, und ausgesprochen gedanklich auch irgendwie weg und so als Ständer auch unter Druck innerlich. Was ja alles stimmt, das liegt einfach auch daran, dass Richard Beimer den sehr, sehr gut spielt, den Linalas. Und dass er wirklich so eine, dass man ihn, ja wie soll ich sagen, unsympathisch klingt so negativ. Aber irgendwie dann doch, dass er den doch so ein bisschen diese Erwartungen komplett enttäuscht, die man in diesem Charakter haben. Und das passt aber auch dazu. Man wünscht sich auch als Zuseher, ja, da ist der große Bajoranische Held. Und was ist das denn für eine, für eine phlegmatische Napsölze irgendwie. Ja, und jetzt müssen wir wirklich mal sagen, wir hatten in der vorletzten Deep Space Nine Folge Harris Juhlen. Und wir hatten in der letzten Deep Space Nine Folge Louise Fletcher. Und jetzt kriegen wir in den nächsten Minuten einen Doppel-Wopper. Und der erste Teil dieses Woppers ist Richard Beimer. Und Leute, ob ihr es glaubt oder nicht, Richard Beimer, das war so ein richtiger Teen-Heartthrob, um mal einen Anglizismus zu verwenden, in den 50er und 60er Jahren. Denn der hat mitgespielt in das Tagebuch der Anne Frank. Da hat er den, ich glaube, Peter Hieser gespielt, mit dem die Anne Frank dann zarte Bande geknüpft hat. Und das natürlich tragisch endete im echten Leben. Aber er hat auch die Hauptrolle, die männliche Hauptrolle gespielt im West Side Story von Star Trek The Motion Picture Regisseur Robert Wise. Da war er nämlich Tony. Und auch das endet tragisch, ist aber keine wahre Geschichte. Und das war ganz am Anfang seiner Karriere, bevor er dann irgendwann mal einen mehrjährigen Sabbatical von der Schauspielerei hingelegt hat und damit nichts mehr zu tun haben wollte. Und jetzt schon in seinem Alterswerk angekommen ist. Und er hat ja noch was gespielt, Simon. Zwei, drei Jahre vor Deep Space Nine, was unglaublich ist einfach nur. Ja, Twin Peaks, ne? Also viele kennen ihn aus Twin Peaks. Da hat er ja den Benjamin Horn gespielt. Der hat auch diverse andere Sachen gemacht. Ich habe das hier gerade offen. Der war auch mal in X-Files dabei. Der war in Elvis meets Nixon dabei. Auch in der dritten Twin Peaks Staffel, die ja auch, wann war es 2017 oder so, da hat er seine Rolle wieder repriced, um einen Anglizismus mal zur Abwechslung zu verwenden. Sehr gut, ja. Deswegen, der Typ ist halt einfach auch ein großer Schauspieler. Ich glaube, für West Side Story war er sogar für den Oscar nominiert, wenn ich das richtig im Kopf, oder Golden Globe oder irgendwie was. Also irgendeinen Preis hat er auf jeden Fall dafür gekriegt. Und du merkst halt auch, das ist auch jetzt nicht der unmoralische Friedensvermittler oder sowas, sondern das ist jemand, der ist ein bisschen mehr dahinter. Was für ein Repertoire an Charakterdarstellerinnen und Charakterdarstellern Deep Space Nine bereit ist zu zücken. Und zwar nicht ab und zu mal, sondern ständig. Ja, geil. Und damit haben sie mich ja. Damit haben sie mich. Wirklich, wirklich. Wahnsinn. Und jetzt kurz darauf kommt ja der nächste schon, über den wir sprechen müssen. Linalas wird jetzt von Kira abgeholt. Die führt ihm so ein bisschen Zeit in die Station. Er sagt doch, ich habe hier übrigens mal gearbeitet während der Besatzung, ne? Und dann platzt auf die Station Minister Jaro. Ja, Minister Jaro in all seiner Pracht. Und da haben wir natürlich auch einen Darsteller, den Sebastian und ich, wir beide sehr, 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 sehr schätzen. Trotz dieses, hast du das mitgekriegt mit diesem kleinen Skandal, den es da gegeben hat? Was? Ja, jetzt muss ich dir mal den Frank Langella-Zahn ziehen. Nein. Der ist gefeuert worden von der Miniseries The Fall of the House of Usher. Diese Gruselserie, die gerade für Netflix gedreht wurde, wegen ungebührlichen Verhaltens. Weitere Informationen darüber habe ich nicht. Ach, Mann. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Es ist auch, ich weiß nicht, ob man da in einem Rabbit Hole irgendwas, vielleicht ist ja einfach auch echt daneben benommen. Ja, ist die Frage, ob er einen Harvey Weinstein gepullt hat, um mal einen Anglizismus zu verwenden, oder ob es eher ein Jeffrey Tambor war, ja? Ich hoffe, dass es nicht der Harvey Weinstein war. Ich hoffe auch, dass es ein Jeffrey Tambor ist schlimm genug, aber zum Glück nicht so schlimm wie ein Harvey Weinstein oder ein Kevin Spacey, ne? Ja, ja, ja. Nee, ich glaube, sowas von dieser Art halt nicht. Aber um halt rausgeschmissen zu werden aus so einer Megaproduktion. Keine Ahnung, da müssen wir nochmal, da muss ich nochmal gucken. Trotzdem hat Frank Langella jetzt mal abgesehen von diesen unabiettlichen Sachen, die da offensichtlich rausgekommen sind jetzt über diese Dreharbeiten. Frank Langella ist ein Schauspieler, der mich immer, egal wo der aufgetaucht ist, ich habe mich gefreut, da ist Frank Langella, weil der einfach gut ist. Und los ging es bei Masters of the Universe, da hat er Skeletor gespielt. Und Masters of the Universe ist wirklich kein guter Film. Das ist ein, ich sage es, ein ziemlicher Scheißfilm. Aber das Gute an dem Film ist tatsächlich Skeletor. Die Figur des Skeletors, wie er den darstellt und so, fand ich großartig. The Trial of the Chicago 7, da spielt er den antagonistischen Richter, hat er fantastisch gespielt. The Diary of a Mad Housewife, habe ich ihn neulich gesehen, einen sehr jungen Frank Langella, weil der Film 50 Jahre alt ist, auch ganz toll. Und Frank Langella hat mich tatsächlich dazu gebracht, dass ich mir Tickets kaufe für eine Off-Broadway-Production, wo der mitspielt. Denn den habe ich schon mal live auf der Bühne gesehen. Das war das Theaterstück Man and Boy. Und Simon, weißt du, wer da mitgespielt hat, auch? Und ich habe das erst, das habe ich, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt. Und ich habe es erst Jahre später festgestellt, dass der da mitgespielt hat, weil er nämlich zu der Zeit, als er den Sohn gespielt hat von Frank Langella in Man and Boy, noch gar nicht bekannt war. Ja? Nee. Pass auf, das ist, wenn du das hörst, dann denkst du auch, was? Wirklich? Adam Driver, Simon. Ich habe Adam Driver am Broadway gesehen, bevor Adam Driver a Thing war, um mal einen Anglizismus zu bemühen. Sehr gut, ja. Ist dir Frank Langellas Name übrigens in den Credits aufgefallen, Simon? Nee, der findet ja nicht statt da, glaube ich, oder? Nee, der hat, genauso wie John Fleck, ist ja nicht aufgeführt als Gaststar. Nur bei ihm weiß man den Grund, denn seine Kinder sind Star Trek Fans und haben gesagt, Papa, 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 du musst mal bei Star Trek mitspielen. Und dann hat er gesagt, ja, ich spiele bei Star Trek mit, aber nicht für den Credit und nicht für das Geld, sondern für euch. Und deswegen gibt es nirgendwo den Namen Frank Langella zu lesen. Und das habe ich bis letzte Woche gar noch nie realisiert gehabt. Ja, ja, nee, ich auch nicht. War mir auch nicht bewusst, dass der nicht da ist. Interessanterweise übrigens ist das dieselbe Story wie bei Masters of the Universe. So, He-Man? Interessiert mich nicht. Aber die Kinder von Sky und deswegen hat er es gemacht. Ach, nicht schlecht. Ich glaube, die Kinder von Frank Langella, die haben so einen ähnlichen Wert gehabt wie wir. Erst Masters of the Universe, in meinem Fall, und dann irgendwann Deep Space Nine, sieh mal an, und Star Trek. Stell dir mal vor, dein Vater hätte Skeletor gespielt, Simon. Stell dir mal vor, mein Vater wäre von so einer Netflix-Series entlassen worden, weil er irgendwie perverse Witze gemacht hätte oder irgendwie Leute, das wäre viel schlimmer. Ja, das stimmt. Wenn mein Vater Skeletor gespielt hätte, finde ich gut. Ja, ja, ja. Ist ein bisschen against type, ja, was das Casting angeht, aber gut schon. Ist zum Glück beides nicht der Fall. Mein Vater wurde nicht von einer Netflix-Serie gefeuert, weil er sich ungebürdig verhalten hätte. Ja, aber der ist jetzt da. Und was ist das denn für einer, Simon? Das ist einer von diesen politischen Opportunisten, die gerade auf Bayor die Vorherrschaft kämpfen. Und es ist wirklich eine Gestalt einfach. Also der Typ ist halt sehr groß, sehr die Sprache von dem und auch die Sprachgeschwindigkeit und wie er so Sachen sagt und wie er dabei guckt. Da ist diese Verbindlichkeit, diese falsche Verbindlichkeit von Politikern ist da drin, wo auch immer so eine Drohung, so eine unterschwellige Drohung mitschwingt. Ja, so ein Machtmensch einfach, wo du denkst, was ist das denn für eine? Und dem bleibe ich mal besser fern. Und genauso ist ja die erste Begegnung mit Kira. Ah, sie leben sehr gut und Inalas lebt auch. Och, da waren die Propheten. Die waren aber gnädig zu uns. Aber sie haben sich ja auch ein paar Feinde gemacht mit der Aktion, Kira. Ist ja schön, dass Kadass ja jetzt keinen Gegenschlag geplant hat, ne? Ja, nochmal Glück gehabt. Aber nochmal Glück gehabt, ja. Aber so richtig entspart es ja nicht den Befehlen, die sie bekommen haben. Aber lassen sie sich gesagt sein, als Privatmann bin ich ihnen natürlich dankbar, ne? Also machen sie sich keine Sorgen. Als Privatmann, beruflich fresse ich sie aber auf. Das ist so die Message da drin, ne? Also persönlich wollen wir natürlich nur das Beste für sie, aber das geht politisch, müssen sie verstehen, dass sie jetzt vernichtet werden, ja? Und ist super gespielt einfach. Hier haben wir halt das auch, das ist ein hervorragender Schauspieler, völlig unabhängig von dem, was da jetzt über den gesagt wird. Das ist hier an dieser Stelle einfach ein sehr, sehr guter Auftritt. Ja. Jetzt sind wir im Replimaten, wo es, da gibt es diesmal keine Ico-Bären-Torte und keinen Raktagino mit einer Jackarine-Peel, sondern einen Auflauf. Und auch keinen Auberginen-Auflauf, sondern einen Bajoranerinnen-Auflauf und Bajoraner-Auflauf. Da stehen nämlich die Leute, haben den Linalas gesehen und gucken, halten Maul auf den Pfeil und warten. Und dem ist das sowas von unangenehm. Der will das überhaupt nicht. Die Pause hätte auch noch länger sein können, so unangenehm ist es. Ja. Und zum Glück kann man sagen, für Jared, aber auch für Linalas, ist Jared gerade da. Und auch hier wieder diese schleimige, ah, ist das schön, sie mal persönlich kennenzulernen. Sie müssen schon den Politiker gestatten, dass er jetzt mal die Situation ausnutzt. Wir haben ja nicht Aufgelegenheit, zu Leuten zu sprechen. Machen Sie mal, machen Sie mal, machen Sie mal. Ja, muss ich nicht reden, denkt sich der Linalas nämlich auch. Muss ich nicht reden. Und dann zieht der Jared natürlich so eine Standard-Rede ab, ja. Und man merkt hier auch schon, das habe ich, sowas Ähnliches habe ich auch schon gesehen, nämlich in der Folge davor. Diese Sache mit Vedek Burrell und Vedek Winn. Weil so eine ähnliche Situation, ja. Und hier haben wir wieder den nächsten Opportunisten und denkst dir, boah, auf Bayoran möchte ich eigentlich nicht Politiker sein und in diesem Westmest, ja, irgendwie sitzen. Und mitten in dieser Rede blendet das dann auch ab. Erinnert euch an diesen Tag, aber es ist jetzt nicht so, als hätte der Linalas klügere und originellere Sachen gesagt. Er sagt nämlich einfach nur, es ist gut, frei zu sein. Wir sind frei. Und dann übernimmt er halt der Jaro und es ist alles so, man ist so peinlich berührt davon, von dem, was man da sieht. In jeglicher Hinsicht. Und das ist eine tolle Szene einfach, dass man da so, uff. Es ist eine tolle Szene, ja, ja. Er ist genauso überzeugend wie O'Brien, als er das erste Mal die Legende vom Dal-Rock erzählt, ne. Also das ist genauso, hat genauso diese Wirkkraft einfach, ne. Ja, Linalas schaut immer unbegeistert halt rein, so von Sekunde zu Sekunde. Je länger die Folge guckt, desto depressiver guckt er einfach. Und dann bringen sie den in so ein tolles Quartier, führt ihn Cisco in so ein tolles, tolles Quartier. Großes Quartier. Na, alles passt das, alles ist das schön hier und so. Sagt er, ja, ja, das ist schon schön. Ich war zehn Jahre lang in einem Arbeitslager und ich will einfach ein bisschen Ruhe haben jetzt. Kriegst auch wahrscheinlich nur einen Moment. Und dann hast du ja gesehen, was das für ein Auflauf war vorhin, ne. Ja, trotzdem ist er so melancholisch froh, der Linalas, dass Bayer befreit ist. Dass die Kadassianer weg sind und das gibt's ja überhaupt nicht. Erzähl mir doch mal was von meinem Planeten. Ja, sagt Cisco, nicht so gut. Aber so einen wie dich, den könnten sie gebrauchen. Dann ist da nämlich nicht mehr so ein Remi Demi wie mit dem, gucken die doch an, dem Jaro Esser, der da vorhin seine Rede geschwungen hat. Du hast ihm doch was entgegenzusetzen. Du kannst da Einheit reinbringen. Mein Lieber, also erhöht auch so diesen Druck auf den Linalas. Da hätte ich den Cisco für einfühlsamer gehalten, weil der müsste doch eigentlich schon längst mal gesehen haben, wie unwillig der ist, sowas zu machen. Total, dass keiner da irgendwie so auch ein paar Rieche hat. Hier fehlt auch wirklich eine Troy an Bord von Deep Space Nine, die gesagt hat, hör mal, Chef mit dem Linalas, also ich glaube, das wird nichts hier mit dem Helden und so. Da ist irgendwas, liegt da im Argen. Dem kannst du in so eine Sänfte setzen und dann mal durch die Hauptstraße von Bayard tragen und dann winkt er. Aber das ist auch schon das Äußerste, was du von dem verlangen sollst. Nicht irgendwelche Reden oder als Galleonsfigur irgendwo zu installieren, aber alle sind da ja jetzt, alle wollen das, alle wollen das jetzt. Er ist kein Kayles, er ist so eher das Gegenteil davon. Ja, ja. Der Kayles hat eigentlich nichts auf dem Kasten so wirklich, aber hat Bock da drauf. Ja, genau. Und die Linalas denkt halt, ich habe nichts auf dem Kasten, ich habe auch keinen Bock da drauf. Also gut, dann schlafen wir schön, wir sprechen morgen weiter. Jetzt gehen wir in die Bar und da ist Quark am Geldseelen und das ist ja eine legendäre Szene. Ich lache jedes Mal wieder. Ich auch. Die ist fantastisch. Der Ferengi Pit Boss, sein Bruder sitzt daneben und der Quark ist auch ganz seelenruhig. Ein Stückchen goldgepresstes Latinum für dich und sechs für mich. Eins für dich und sechs für mich. Warum guckst du denn du so sauer die ganze Zeit, fragt er dann. Ja, das ist nicht fair, ja, das ist nicht fair. Ich will auch ein bisschen mehr verdienen. Ach so, ach so. Nee, ist es auch nicht. Es ist, es ist, das ist wirklich so eine, ach so, ach so Moment ist das, ne. Denn Quark sagt, naja gut, wenn du das findest, ist es auch nicht fair, finde ich auch nicht fair, ne. Wirklich, wirklich, du findest es auch nicht fair? Nö, finde ich nicht fair. Einen für dich. Und sieben für dich. Und das ist natürlich die größte Arschnuchnummer, die man sich vorstellen kann, aber es ist natürlich sehr, sehr lustig, sich das anzugucken. Und es ist perfekt gespielt, von beiden perfekt gespielt. Boah, was liebe ich diese Szene auch einfach. Und dann geht auch, konnte sich Rob das nicht mehr angucken und geht zu Bett, wo er dann von gerichtem Aufteilen der Profite träumt. Sagt er auch noch so, ne, da träume ich jetzt halt davon. Ja, ja, träume ruhig, ne. Hau schon ab. Jetzt bleibt Quark alleine zurück in der verlassenen Bar und die gute Stimmung wird sofort unterbrochen, denn es kommen einige, ja, so eine Schläger-Truppe kommt da jetzt rein. Schläger-Truppe ist schon, die sehen ja richtig aus wie so ein Geheimbund, wie so Assassinen, denn die haben alle so Karnevalsmasken auf ihren Gesichtern drauf, schleichen sich an, halten dem Quark den Mund zu, werfen ihn zu Boden und dann hauen die ihm mit so einem Brandeisen das Graffiti-Symbol, was wir vorhin schon mal gesehen haben, auf seine Birne da oben drauf. Wahnsinn. Und der Fade-Out, um diesen Anglizismus zu verwenden, der Fade-Out, der ist auch genau auf diesen Schrei, also du hörst so, ja, und dann wird es so abgeblendet, ne. Schlimm. Lustig und schlimm. Lustig und schlimm, lustig und schlimm und auch wirklich gruselig, diese Typen, also du hast dann absolut recht, ne, so mit ganz komischen Masken, so Uncanny-mäßig. Ja, so Eyes Wide Shut-mäßig auch, ne. Eyes Wide Shut muss ich auch dran denken, ja. Und jetzt sind wir auf der Krankenstation, direkt in der nächsten Szene, wo Beshir einen zeternden Quark. Ne, es ist, es bleibt in der Bar. Und jetzt in der nächsten Szene behandelt ein Doktor, ein Doktor Beshir behandelt einen zeternden Quark und macht die Narbe wieder raus, das geht ja alles in der Zukunft. Zappel nicht so, halt mal still, was passiert? Ja, ich konnte die nicht erkennen. Mhm. Konstabler schrauben sie die Sicherheit noch ein bisschen weiter hoch, denn das sind jetzt hier diese vom Kreis, die hier unterwegs sind. Moment. Und jetzt wird tatsächlich mal der Nilalas, Nilalas, vor allen Dingen, Linalas wird jetzt mal wach und fragt das erste Mal was Aktives. Moment, Majorana haben das getan? Ja, er fragt was Aktives. Ich finde, er sieht trotzdem aus, als wenn er noch völlig neben sich stehen würde. Und ich habe mich gefragt, warum zum Fuck ist Linalas da? Ja. Lass den nochmal ausschlafen, den kann man doch immer nur briefen. Ist der jetzt, muss der jetzt zu allem dazugeholt werden? Das ist ja jetzt erstmal einfach, der wollte die eigene Portion Hasbrat reinpfeifen jetzt bei Quarks zum Frühstück. Richtig, ja. Aber Linalas ist da und der wird jetzt auf den Kira informiert. Naja, da unten gibt es halt diese Terrororganisation, die organisiert er übrigens, wirkt als unsere Regierung. Und deswegen schließen sich die Leute dieser Truppe an, weil sie das Gefühl haben, da ist etwas, was irgendwie besser läuft und mehr in unserem Interesse ist. Und wir brauchen jemanden, der halt da diese Reaktionären aufhält. Und hör mal, da kriegst du hier schon den Wink mit dem Zaunfall mit, wer das sein könnte, oder? Ja, wenn es nicht alles so auch ein Kind der heutigen Zeit wäre, was wir da hören. Wäre es viel unterhaltsamer noch. Aber ist schon krass, ne? Naja, klar. Gab es aber auch damals schon. Also auch zu der Zeit, wo Deep Space Nine gab es ja, das war dann noch ein bisschen plumper und weniger organisiert, wie es wahrscheinlich heute ist. Ja, na gut. Aber Quark wird nochmal für so einen Schlussgag verwendet. Wie sehe ich aus? So hübsch wie immer, meint Kira. Oh, echt? Und dann ist Schnitt. Und jetzt kommt so ein ganz, ich weiß nicht, die nächste Szene fand ich ein bisschen klischeebeladen, weil es soll uns jetzt zeigen, dass der Kreis und die Auswirkungen dieser Gruppierung dann auch, auch die Sisko's betrifft. Und das ist dann ja schlimm, ja? Also wenn sogar der Sohn vom Commander darunter zu leiden hat, dann ist ja mit seinem Liebesleben, dann ist ja so eine Grenze überschritten, das geht dann nicht mehr. Vorher war es so ein Ärgernis und jetzt ist es so, oh, der arme Jake. Das ist aber schon eine etwas zynische Interpretation von dir, ja? Ja, das kann man so da rein interpretieren. Ich glaube nicht, dass das die Intention war, das so zu zeigen, sondern sollte es einfach nochmal zeigen, okay, das hat auch Konsequenzen, zwischenmenschliche Konsequenzen. Aber ja, natürlich, man könnte es auch so sehen, ja dann, oh ja dann, aber Sisko liegt das ja trotzdem am Herzen, dass das da nicht schlimm ist. Aber du hast gesagt, wir erfahren, naja, Sisko's, Jake, Jake Sisko's Freundin in Spee und so, das ist jetzt alles nicht mehr, weil die Eltern der nicht erlaubt haben, sich mit diesem, ja, Menschen abzugeben. Die soll bitte mit Bajorana was anfangen und nicht mit diesem Typen, also der Rassismus setzt sich da langsam durch. Was gut ist, ist, dass Jake das auch irgendwie noch nicht so richtig versteht. Sag mal, was ist, was soll das, was ist da los? Und jetzt erzählt dann Sisko dieses, ja, da passieren halt Sachen, die sind irgendwie schlimm und jetzt, ja, die kleinen Leute, die trifft's jetzt auch, ne? Auch dich, mein Sohn. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Schön finde ich wieder, dass der Avery Brooks hier so eine Körperlichkeit reinbringt in die Beziehung zu seinem Sohn. Der küsst den einfach mal auf die Stirn. Ja. Und das sieht man so selten zwischen Vätern und Söhnen im Fernsehen. Und das ist einfach das Schönste an der Szene, finde ich. Aber, bevor der Sisko jetzt ins Bett gehen kann, denn er ist auch schon so ein bisschen geschafft von dem Ganzen, was da jetzt los war, kommt eine namenlose Crewmitgliedsfrau, was für ein Wort, und ruft ihr und sagt, hör mal, da ist jetzt ein tigarianischer Frachter, ruft an, und die haben einen blinden Passagier an Bord. Ja, wir wollten gerade losfliegen und dann ist er hier gewesen und dann dreht sich, er dreht sich dann um, so ein bisschen theatralisch, und wir sehen, es handelt sich um keinen geringeren als Lee Nalas, der abhauen wollte, der einfach wegfliegen wollte, mit dem ersten Schiff überhaupt, wollte der Fersengeld geben. Er hat sich dabei ein bisschen dumm angestellt, wahrscheinlich, und deswegen wurde er auch entdeckt. Ja, das ist natürlich over ja jetzt. Und wir erfahren auch noch, das ist die Nanut, das Schiff, auf dem er da war, die wäre in den Gamma-Quadranten geflogen, und die wäre in drei Jahren erst wiedergekommen. Also der wollte richtig weit weg, nicht nur mal eben irgendwie nach Bajor und da einen Bauernhof aufmachen. Er wollte alles einfach mal hinter sich lassen. Ja gut, und jetzt sagt er, jetzt muss ich ihm mal eine Geschichte erzählen, meine Geschichte. Und dann hält Lee Nalas die bisher längste Rede in ganz Star Trek, Simon. Echt, ja? Hast du nachgemessen? Ich habe nachgemessen. Noch niemand hat ohne Zwischenrede oder ohne Wiederrede bisher, bis zu dieser Folge, in Star Trek eine längere und ununterbrochene Rede gehalten. Und dass man das einfach mal so einem Gaststar gibt und nicht dem Jean-Luc Picard beispielsweise, der ja sonst der große Redenschwinger ist, da habe ich mir, da habe ich Bauglötze gestaunt, dass Deep Space Nine das macht. Ja, in der Tat. Und man muss auch wirklich sagen, dass man ihm auch gerne zuhört. Das ist halt, weil er das gut erzählt und weil man sich richtig vorstellen kann, was da passiert ist. Und es ist ja auch so wichtig, über diesen Charakter das jetzt zu erfahren. Warum hat er sich so verhalten? Und dann verstehst du auch sofort, was eigentlich hier das Problem ist. Ja, er war im Widerstand, in der kleinen, unbedeutenden Gruppe. Ja, es kam zu einer Konfrontation mit einem karlasianischen, bekannten karlasianischen, von schlechter Format. Ja, der war einfach bekannt für seine Grausamkeit. Und den hat er getroffen, aber was da passiert ist, ist ganz anders gewesen. Es war kein Hand, es war kein, ja wie sagt man, Hand-to-Hand-Combat. Jetzt bin ich so tief in den Anglizismen drin, dass ich es schon nicht mehr weiß. Es war kein Hand-Gemänge. Nahkampf. Nahkampf, ja, ja, ja. Die sind da langgelaufen und irgendwie hat er sich ein bisschen zu optimistisch an eine Kante herangelaufen. Der Linallas und dann so eine Böschung runter. Und unten, als er dann da gelegen hat, war da so ein Baggersee. Und da kam dann der besagte Galzerail raus, nackend. Und so schön hat im Mondlicht geglitzert wahrscheinlich, als er da aus dem See entstieg. Und wie ging es dann weiter, Simon? Ja, die Unterbuchse hat er noch angehabt. Ja, ja, ja. Und da gab es so einen kurzen Moment des Erstaunens, des gegenseitigen Erstaunens. Und dann hat man halt reagiert. Also der Zerail stürzte zu seinem Phaser und der Linallas zog seinen Phaser und hat den einfach erschossen. Also einfach, bam, hat ihn einfach abgeknallt. Und dann ist dieser Berg von einem Cardassianer auch noch oben auf ihm drauf gelandet. Wahrscheinlich noch triefend nass, weil er eben aus dem Baggersee kam. Und dann lag man da so für eine kurze Zeit lang. Und dann erzählt der Linallas eigentlich das Schönste an der ganzen Geschichte und auch das, ja, tragisch Lustige. Er sagt nämlich, ich werde nie vergessen, wie dieser Gesichtsausdruck war von dem Zerail, ja. Der hat sich, dem war das so peinlich. Dem war das so unfassbar peinlich, dass er so, so sterben musste. Und das passt auch gut auf Cardassianer, was die jetzt so ein Selbstverständnis haben und sonst was. Also stell dir mal Gal Madrid in Unterhosen vor. Ja. Oder Ducat? Ja. Besser nicht? Besser nicht. Jedenfalls sagt Linallas dann abschließend, das ist die ganze Geschichte. Weil dann kamen meine Freunde, haben das gesehen und ich wollte ihnen eigentlich erklären, was passiert ist. Aber die wollten das überhaupt nicht hören. Für die war ich sofort nailed. Ja, du hast den umgebracht. Quatsch. Ja, du hast den umgebracht. Du alleine. Hast diesen galen Zerail. Umgenießt. Gesundheit. Und, äh, Dankeschön, Dankeschön, Entschuldigung, danke. Mir macht nichts. Gut. Danke. Bitte. Mit Frühstück. Danke. Er hat jedenfalls, das war ihm, ähm, ja und dann hat sich halt diese Legende sehr schnell verbreitet und dann war halt diese Linallas Nummer einfach, die war, das war gelaufen. Also der war halt wie in das Leben des Brian, den Leuten hat überhaupt nicht mehr interessiert, was der selber dazu sagt, sondern die sind hinter dem Meer gelaufen und von der, den einfach geil. Als Symbol, als Kraft auch, um diesen Widerstand weiter durchzuhalten. Und sehen Sie, sagt er zum Cisco, das habe ich gemacht, ich habe eine Galassianer in Unterhose erschossen. Und jetzt kommt der Moment, wo der Cisco wirklich mal sagen müsste, ah, okay, vielleicht, sie kommen auch gerade aus dem Arbeitslager wieder und sind psychisch total am Ende und ich merke, das nagt an ihnen, dass sie zu so einem Held hochgejatzt wurden, der sie entweder nicht sind oder als der sie sich nicht sehen. Und vielleicht sollten wir ihnen wirklich mal Ruhe gönnen, denn sie waren gerade drauf und dran, in den Gamma-Quadranten zu fliegen, auf nimmerwiedersehen. Und Cisco sagt, Bayer braucht sie. Und da denke ich, ah, ey, Cisco. Cisco will jetzt, der denkt, nee, die Chance gebe ich nicht aus der Hand. Ja. Diese ganzen Leute da, ne, ist mir egal. Stimmt, ja. Ist eigentlich eine falsche Reaktion hier. Ist so eine pragmatische Reaktion irgendwie, die ist aber eigentlich falsch. Menschlich gesehen ist die falsch. Aber komm, überlegst du doch mal, du machst das doch bestimmt hier. Das ist doch super. Du bist ein Symbol und das werden wir schon machen alles. Ja, aber das basiert doch alles auf einer Lüge. Egal, die brauchen dich. Oh, das müssen wir jetzt machen. Die Szene ist übrigens toll gefilmt, Simon, denn während dieser ganzen Rede sehen wir in einer Einstellung nur die ganze Zeit Lee Nullers, groß im Vordergrund Richard Balmer, im Hintergrund Avery Brooks, unscharf. Wir sehen nicht, was passiert in Ciscos Gesicht. Wir sehen nur eine Cisco-Waber-Form irgendwie. Und das ist viel cooler als Data und Croces vor zwei Wochen, wo beide scharf waren. Denn man gibt uns hier die Gelegenheit, selbst da, wo Cisco lang und breit auch noch mal eine Rede hält und Sachen entgegnet, werden wir als Zuschauer dazu genötigt, im Gesicht von Lee Nullers zu bleiben mit unseren Augen und nicht hin und her zu gehen, weil der Cisco genauso scharf gedreht ist. Und das zeigt uns das noch mal, was mit diesem Nullers da los ist eigentlich. Und das ist gut gefilmt einfach. Das ist gut gefilmt. Und dann hast du natürlich einen Schauspieler wie den Richard Balmer, der dann auch Sachen machen kann in seinem Gesicht. Und dann verstehst du auch, was in dem vorgeht. Also sehr schön alles. Aber das Ende vom Lied ist, die Nullers bleibt auf der Station. Er kriegt sogar so einen Titel. Das habe ich komplett vergessen. Na war ich. Na war ich, Nullers. Na war ich beim Nullers, weißt du? Ja, das ist jetzt alles super. Und der Jared, der sich hier natürlich aufplustert wie ein V, der da ganz nah am geschehen ist, der findet das auch alles super. Und der lässt jetzt auch noch so eine richtige Bombe platzen am Ende. Er sagt, wir haben diesen Titel für den Lee hier ins Leben gerufen. Er ist jetzt dein neuer Liaison-Offizier, dein Verbindungsoffizier. Aber ihr habt doch schon eine. Nee, Major Kira, die ist mir unbequem. Die geht jetzt nach Bayor. Aber die haben wir nämlich jetzt versetzt, strafversetzt. Und dann passieren da so ganz viele Blicke. Jaro geht seelenruhig weg. Und Nullers schaut, ich weiß nicht, schaut der Lee entschlossen oder schuldbewusst? Oder beides? Oder wie deutest du den Blick? Schuldbewusst. Schuldbewusst. Da ist nichts entschlossen an Lee Nullers. Ja. Also Jared sagt ja nicht, dass es eine Strafversetzung ist. Aber alles in ihm, es deutet halt voll darauf hin. Dass sie jetzt die Ärger kriegt, weil sie halt einfach losgezogen ist, ohne ihm wahrscheinlich da sich den Segen abzuholen, ja. Also ein sehr, 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 sehr krasses Ende. Denn das ist auch das Ende der Episode. Und dann auch der Cliffhanger. Wie geht das jetzt weiter mit Lee Nullers? Wie geht das mit Kira weiter? Was macht der Kreis noch? Wie geht es mit Jared weiter? Das war The Homecoming. Das war The Homecoming. Bei einem Satz habe ich noch ein bisschen gelacht in dieser letzten Szene, weil der Sisko sagt nämlich, hör mal, als du da runter warst, tausend Leute, Blasmusik, alles. Das war ja ein ganz schöner Empfang auf Bayer. Und dann habe ich wieder gedacht, hm. Und dann merkt man wieder, auf was für einem Budget wir uns bewegen. Weil wir nie auch nur eine einzige von diesen Massenszenen auf Bayer jemals sehen werden. Das geht einfach nicht. Geht nicht, geht einfach nicht. Nee, geht einfach nicht. Und trotzdem gefällt es mir irgendwie, dass wir solche Sachen nur vom Hören sagen können. So ist es ja. Sebastian, wer hat denn gefehlt eigentlich in der Episode? Der Mornster hat gefehlt. Das ist die allererste Folge ohne Morn. In der ersten Staffel war er in jeder Folge. Unglaublich. Mal zu sehen, dass er mit seinem Scheißsack irgendwie durchs Bild geeiert ist oder so. Und Morn ist nicht da. Simon, das geht auch gar nicht. Gerade am Anfang die erste Einstellung, der schwenkt durch Quarks. Warum setzt man da Morn nicht hin? Spinnen die? Keine Ahnung. Was erlauben Rick Colby? Keine Ahnung, was da los war. Vielleicht, der Alan Shepard hat vielleicht auch mal eine Erkältung gehabt oder so. Keine Ahnung, wissen wir nicht. Gibt es nicht. Ist halt nicht da, Morn. Aber zum Glück wird er uns bald wieder beglücken mit seiner haarigen Anwesenheit. Und The Homecoming, Sebastian, möchtest du verraten mir, was du hältst von The Homecoming? Ja, starker Staffelauftakt. Starker Staffelauftakt. Da werden jede Menge Kisten von der ersten Staffel, die noch gar nicht so richtig verstaut und geschlossen waren, werden nochmal weiter aufgemacht und wir gucken da nochmal tiefer rein. Was ist denn da überhaupt auf Bayer los? Ja, die Kadassianer sind jetzt gerade mal in der ersten Folge auch als Antagonisten dabei. Aber wir werfen nochmal einen weiteren harten Blick auf die politische Situation auf dem Planeten, der jetzt schon seit einer Staffel unsere Heimat ist. Wir müssen da mal einfach nochmal genauer hingucken. Und genauso wie in The Hands of the Prophets geht es wieder um Glaube, Simon. Nur es geht nicht um religiösen Glauben, sondern es geht um den Glaube an so eine Lichtgestalt, an so eine Führungsperson, an so einen Revoluzzer, an die Art von Glauben, die man vielleicht auch einem Gene Roddenberry entgegenbringt, obwohl der eigentlich schon wieder viel lieber nur im Pool sitzen will, mit nackten Weibern und sich einen Joint reinziehen möchte. Denn das will vielleicht auch der Linalas. Das hat sich mir auch so ein bisschen aufgedrängt, so dieser Gedanke. Ja, vor allem nach zehn Jahren in diesem komischen Gefangenenlager. Da ist ja erst mal so, Freunde, ihr könnt mal euren Scheiß alleine machen. Ich möchte jetzt ein bisschen Leben nachholen. Und dann waren alle einfach in Topform. Alle unsere Regulars, der Bashir war ein bisschen wenig da. Auch die Dex hat ein bisschen wenig zu tun gehabt. Aber die hatten trotzdem ihre Momente, die gut waren. Und Sisko, Kira und Quark stehen für mich in vorderster Reihe hier. Die tragen ihre Szenen. Die Gast-Sas tragen die Szenen. Es gibt mindestens drei All-Time-Klassik-Szenen, um mal einen Anglizismus noch mal zu bringen. Und es gibt keine schlechte Szene in dieser ganzen Folge. Es ist noch nicht so, dass die Geschichte auf irgendeinem Siedepunkt angekommen ist. Du merkst an der Erzählstruktur schon, dass das ein Dreiteiler ist. Und wir bringen die Dinge erst mal langsam ins Rollen. Wir fahren nicht sofort mit 100 kmh los, sondern wir bauen das mal langsam auf, bis die Stimmung auf dem Siedepunkt ist. Und das, das gefällt mir. Das kitzelt mich in meiner Wahrnehmung von schauspielerischen Darstellungen. Das regt irgendwie Gedanken in mir an. Das verspricht Dinge und ich bin rundum zufrieden mit The Homecoming einfach diese Woche. Ich möchte unbedingt wissen, wie das weitergeht. Und im Gegensatz zu der letzten Folge, In the Hands of the Prophets, die ich als Teenager so fand, weiß ich noch, wie ich im August 1994 diese Folge hier gesehen habe auf Sat.1. Und da habe ich schon als 16-Jähriger gedacht, oha, da will ich aber wissen, was morgen los ist auf Deep Space Nine. Oha. Und jetzt kommst du. Ja, wow, du hast ja schon viele schöne Sachen gesagt eigentlich, ne? Also für mich ist auch, gehört auch ein gewisser Mut dazu, so ein Charakter wie Lalalala, Lalalala, Lilananas, wie Linalas zu bringen, ja? Also da gehört auch schon wirklich ein bisschen Mut dazu, ne? Also auch mal, und gerade auch als junger Mensch vielleicht, wenn man das so sieht, dann findet man solche, da möchte man eigentlich auch so Leute sehen, die, weißt du, die sollen dann irgendwie da rucken, ja? Die sollen da reinkommen und Rambo-mäßig dieses ganze Problem lösen, ja, mit den Bajoranen und so weiter. Und da wurde ich damals auch tatsächlich so konfrontiert mit Ozu, einfach ist das ja alles gar nicht. Und ich fand das halt total nachvollziehbar, wie es dem Linalas geht. Und ich fand den auch tatsächlich noch besser als Langella. Super gespielt, also richtig gut gespielt. Jaro meinst du? Richtig, äh, Jaro, Jaro, ja. Also richtig gut gespielt, du hast es richtig gemerkt, der will überall sein, aber nicht da, auf dieser Station. Der fühlt sich da überhaupt nicht wohl in seiner Haut, fand ich total überzeugend, den Charakter. Dann haben wir Jaro, wirklich auch ein interessanter, neuer Charakter, der endlich mal diesen Bajoranischen, was sagst du? Jaro. Was habe ich gesagt? Jaro. 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 Das ist nicht Jaro. Jaro Harris, Simon, das wäre auch lustig. Der ist auch übrigens total großartig. In der Tat, ja. Äh, aber, äh, oder Jared Leto. Jared Leto, mein Gott. Ja, Jared Leto ist ein Mittel. Ja. Gibt gute Momente und schlechte Momente. Aber Jaro meine ich natürlich, äh, dass endlich mal das provisorische, diese Regierung mal so ein Gesicht kriegt auch, ne, so ein Charakter, der das mal repräsentiert. Ja. Und, äh, ich finde auch den Cliffhanger gelungen. Also das ist auch wirklich, man, man weiß zwar, nein, Kira wird am Ende dieser ganzen Geschichte, ist die wieder da, das passt. Aber jetzt auch damit umzugehen und wie Cisco mit dieser, nicht aus eigenem Verschulden, aber mit dieser Schlafmütze, Lina Lassa diese, diese Stationen leiten soll und so, das möchte man sehen. Und man möchte auch sehen, wie dem Jared das Handwerk gelegt wird und was dieser Kreis noch hat. Und deswegen stimme ich dir dazu, das macht richtig Bock auf mehr. Das ist richtig, ein richtig starker Einstand in so eine zweite Staffel. Und da, das hatten wir in der Form auch noch nicht, so bei Star Trek. Da hatten wir eben so eine Folge, die war eigentlich mal ganz gut, aber jetzt so, bam, ist es so ein Auftakt, wo man denkt, wow, das ist DS9. Also das ist DS9, da geht's, also Politik krass und solche krassen Storys und wow. Auch der Daumen natürlich nach oben mit Lust auf mehr. Sehr, sehr schön. Und jetzt haben wir auch eine Neuheit bei Trek am Dienstag, nämlich wir haben das erste Mal, dass uns die Ausstrahlungsreihenfolge, an die wir uns ja sklavisch halten, dazu nötigt, dass wir den zweiten Teil eines Mehrteilers nicht in der nächsten Woche besprechen, sondern wir lassen jetzt diesen Handlungsfaden für zwei Wochen in der Schwebe und gehen rüber auf die Enterprise nächsten Dienstag. Da kennen wir nix. Da kennen wir nichts, ja, das ist fast schon indiskret, was wir machen und das gucken wir uns auch an nächste Woche. Indiskretionen, Sebastian, was passiert da? Guckt die Beverly den Worf unter den Rock, unter den Schottenrock oder was? Wissen wir noch nicht, müssen wir sehen. Nee. Zu dem deutschen Titel habe ich auch ein bisschen was zu sagen nächste Woche. Auf Englisch heißt das Ding Liaisons. Liaisons, genau. Und ihr seid hoffentlich so indiskret und kommt einfach vorbei das nächste Mal und hört uns zu, wenn wir über eine neue Star-Trek-Folge sprechen. Nächste Woche geht es weiter mit Liaisons. Indiskretionen, ihr seid hoffentlich am Start. Dienstag geht das Ganze live. Jawohl. Und was habe ich noch? Kommentare, Kommentare bitte an Ordnungsstelle. Unterstützen. Immer gerne können wir uns 800.000 Mark überweisen, denn das hier ist aus Nussholz. Die Irrspinner, ihr. Die Irrspinner, ihr. So, das hat mir Spaß gemacht, Simon. Das war mit Volldampf in die zweite Staffel Deep Space Nine. So kann das auch gehen, Staffelauftakt. TNG Take Note, um mal einen Anglizismus zu verwenden. Und jetzt sage ich vielen Dank an euch da draußen, dass ihr zugehalten habt und diesen sehr, sehr albernen und sehr, sehr überstrapazierten Anglizismus-Quark heute Abend ertragen habt. Nächste Woche ist das wieder weg. Nächste Woche ist das, geht das auch wieder. Simon, ich danke dir für ein geiles Gespräch über The Homecoming. Danke ich dir auch. Macht's gut, ihr da draußen. Tschüss. Eine Track am Dienstag 2022 Produktion.